Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 193 von 5. Juni 2020. Am Mikrofon wie immer, Philipp Banse, das bin ich, Journalist und mir gegenüber mit Sicherheitsabstand in unserem Lageoffice sitzt. Ulf Burmeier, moin. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht sogar zum ersten Mal dabei seid. Erfreulicherweise kommen ja Woche für Woche neue Hörerinnen und Hörer dazu. Wir bedanken uns auch ganz herzlich für die vielen neuen Abos. Wir haben ja so ein Soli-Abo seit einiger Zeit unter lagedernation.org. Plus könnt ihr ein Soli-Abo klicken und wir freuen uns sehr, dass das inzwischen in den letzten Wochen hunderte von Menschen auch getan haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und dann haben wir noch eine kleine Hausmitteilung, nämlich eine Ankündigung. Und zwar stehen im Juni und Juli auch bei uns wieder Ferienzeiten an. Wir wollen euch aber natürlich nicht komplett ohne die Lage lassen in diesen Tagen. Genau, wir planen ungefähr alle zwei Wochen eine Lage, euch ins Haus zu spielen. Die müssen wir natürlich naturgemäß vorher aufnehmen. Und dazu dachten wir, wäre eine Folge ganz sinnvoll, so eine Art Ama zu machen. Also ein Ask Me Us, müsste es eigentlich so eine Art Auer. Ask Us Anything, Ask Me Anything. Also weil ja immer mal wieder auch Fragen von euch in den Kommentaren aufschlagen, so grundsätzliche Art, was haltet ihr davon, was haltet ihr hiervon, wie produziert ihr eigentlich das? Also Fragen, die ihr irgendwie auf dem Herzen habt, die ihr schon immer mal loswerden wolltet, die ihr mal beantwortet haben wollt zur Lage, zu uns, kann persönlich sein, wie auch immer. Die könnt ihr jedenfalls stellen, dachten wir, das wäre vielleicht ein ganz interessantes Format. Ja, wir haben damit ja auch sehr gute Erfahrungen gemacht, denn dieses Ama ist ja quasi so ein Klassiker bei unseren Lage-Live-Shows. Also am Ende der Aufnahme der aktuellen Podcast-Folge machen wir immer noch mit den Menschen im Saal so ein Ama. Und das ist immer so ein richtiges Highlight zum Schluss. Macht, glaube ich, im Saal sehr viel Spaß, macht uns sehr viel Spaß. Und deswegen wollten wir diese Möglichkeit, weil es ja zurzeit leider keine Lage-Live geben kann, wollten wir diese Möglichkeit einfach mal euch allen eröffnen. Schickt uns eure Fragen. Und zwar müssen diese Fragen unbedingt in die Betreffzeile einer E-Mail passen. Also bitte keine Romane, sondern einfach nur eine kurze Frage, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr uns immer schon mal fragen wolltet. Und schickt die an ama, also ama.lagedernation.org. ama.lagedernation.org, das ist unser spezielles Postfach. Und aus diesem Postfach werden wir die Fragen nehmen und damit eine Spezialfolge für die Ferienzeit basteln. Und damit kommen wir zum ersten Thema. Das ist natürlich das Konjunkturpaket, was die Bundesregierung gestern vorgestellt hat, um Deutschland aus der Corona-Krise herauszuhelfen. Das war eine schwere Geburt. 20 Stunden wurde debattiert vom Kabinett in der Großen Koalition, auch mit den Fraktionen. Und das Ergebnis sind 15 sehr eng bedruckte DIN A4-Seiten, insgesamt 57 Punkte und insgesamt Ausgaben von 130 Milliarden Euro 2020 und 2021. Ja, ganz genau. Also da gibt es so ein bisschen Diskussionen darüber, wie viel von diesen 130 Milliarden jetzt wirklich extra ist. Also insgesamt in der Welt ist ein Beitrag erschienen, haben wir auch in den Shownotes, wo der Autor so ein bisschen da auch Rechenschummeleien vorsichtig kritisiert. Aber jedenfalls bezeichnet die GroKo das als eines der größten Konjunkturpakete in der bundesdeutschen Geschichte. Wir haben das jetzt nicht nachrechnen können, ob das tatsächlich so ist. Aber auf jeden Fall wird eine große Menge Geld in die Hand genommen, um die Corona-bedingten Konjunkturprobleme, aber auch Probleme einzelner Unternehmen oder auch einzelner Menschen in den Griff zu bekommen. Wir können natürlich jetzt auch nicht alle 57 Einzelmaßnahmen auflisten, gerade in einem Podcast. Das wäre furchtbar langweilig. Deswegen haben wir uns ein anderes System überlegt. Wir besprechen das Paket nur auszugsweise, also Punkte, die uns besonders spannend erscheinen. Und wir besprechen die anhand von Prüfsteinen. Wir fragen uns also, ist diese Maßnahme sozial ausgewogen? Wird sie also den sozialen Ausgleich in unserem Land verbessern? Wird diese Maßnahme wirklich der Wirtschaft helfen? Also insbesondere Insolvenzen und Entlassungen verhindern? Und ganz wichtig natürlich in heutigen Zeiten, wo der Klimawandel vor der Tür steht, wo der Klimawandel längst begonnen hat und immer mehr Auswirkungen zeigt, hat die Maßnahme auch eine richtige ökologische Steuerungswirkung? Wir fangen an mit dem größten Paket und eigentlich auch der größten Überraschung. Und das ist die zeitweilige Senkung der Umsatzsteuer. Also wir zahlen ja alle als Verbraucher und Verbraucherinnen auf alle Dienstleistungen und Produkte eine Umweltsteuer, Mehrwertsteuer auch genannt von 19 oder 7 Prozent je nach Produkt und Dienstleistung. Und diese Umsatzsteuer wird jetzt vom 1. Juli an bis zum 31. Juli bis zum Ende des Jahres um jeweils drei beziehungsweise zwei Prozentpunkte gesenkt. Also statt 19 sind es dann 16 Prozent Umsatzsteuer und statt 7 sind es 5 Prozent Umsatzsteuer. Das ganze Ding kostet natürlich Geld, weil der Staat weniger Steuern einnimmt und das beziffert die Bundesregierung auf 20 Milliarden Euro. Und das Ziel ist ganz offensichtlich die Stärkung der sogenannten Binnennachfrage. Also die Bundesregierung möchte damit erreichen, dass die Menschen, aber auch die Unternehmen in Deutschland Geld jetzt ausgeben und nicht später. Das macht zunächst mal natürlich auch Sinn, denn wenn man weniger Umsatzsteuer entrichten muss, dann werden jedenfalls potenziell Produkte und Dienstleistungen billiger. Das gilt natürlich insbesondere für diejenigen Kundinnen und Kunden, die die Umsatzsteuer nicht, wie man landläufig gerne sagt, ziehen können. Die die Umsatzsteuer, die sie zahlen müssen, also nicht als sogenannte Vorsteuer wiederum steuerlich geltend machen können, wenn man beispielsweise eine GmbH betreibt. Also wirklich nur Verbraucherverbraucher. Genau, also wenn man eine GmbH zum Beispiel betreibt, dann kann man die Umsatzsteuer, die man selber zahlt, quasi vom Finanzamt zurückfordern. Und dann bringt das natürlich gar nichts. Es ist also tatsächlich die Stärkung der Binnennachfrage für Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und aus einer sozialen Perspektive ist das eine durchaus sinnvolle Maßnahme, denn gerade die Menschen, die relativ wenig Geld in der Kasse haben, geben sehr viel von diesem Geld gleich wieder aus. Und können sich dann eben doch momentan etwas mehr leisten, sobald diese Umsatzsteuersenkung gilt. Also aus einer sozialen Perspektive ist das eine ganz vernünftige Maßnahme. Jedenfalls könnte das so sein, Philipp, aber eine große Frage bleibt. Genau, die Frage ist natürlich, wird diese Umsatzsteuersenkung auch an uns alle, an Endverbraucher, Endverbraucherinnen weitergeleitet? Denn wenn die Banane, weiß ich nicht mehr, statt einem Euro jetzt noch 90 Cent kosten könnte, weil eben weniger Umsatzsteuer auf die Netto-Banane draufkommt. Ganz so viel wäre es auch nicht. Nee, aber eher so ein paar Cent, aber so you got the idea. Dann ist natürlich die Frage, bleibt die Banane genauso teuer und mehr beim Einzelhändler? Oder sagt der Einzelhändler, na die Netto-Banane kostet mich halt 80 Cent, statt 20 Cent draufzuhauen, ungefähr jetzt. Statt 20 Cent draufzuhauen, haue ich halt nur 17 Cent drauf und damit ist sie dann billiger. Das ist die große Frage, ob das passiert und da gehen die Meinungen auseinander. Also viele sagen, im Lebensmitteleinzelhandel wird die günstige Umsatzsteuer wahrscheinlich weitergegeben. Die haben das auch schon angekündigt, Lidl, Aldi und so. Weil auch da der Konkurrenzkampf so groß ist, das heißt, wenn der eine da die Butter für zwei Cent günstiger anbieten kann, dann sind die Leute eben da drüben. Wie das so bei den anderen Handelssegmenten aussieht, ist glaube ich offen. Möbelketten, Elektronik und solche Sachen, das wird man abwarten müssen. Ja, das wird abwarten müssen. Also mit anderen Worten, ob das Geld dann tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern landet oder ob nicht einfach der Einzelhandel sich das Geld selber einsteckt. Aus der Perspektive der Wirtschaft kann man auch so ein bisschen Zweifel haben daran, wie nachhaltig eine solche Maßnahme ist. Herr Fuust zum Beispiel, der glaube ich Mitglied ist im Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen. Nee, der ist einfach Chef vom IFO-Institut. Der ist so ein bisschen skeptisch. Der sagt, es wird insbesondere einen kurzfristigen Impuls geben. Das heißt also, er erwartet einen Nachfrage-Boom. Aber die Frage ist natürlich, führt es nicht dann quasi am Ende dieses Booms eher zu einem Dip? Wenn das Geld einmal ausgegeben ist, kann es vielleicht eben später dann nicht mehr ausgegeben. Markus Söder, Ministerpräsident aus Bayern, sagt dazu, naja, also auch ein Strohfeuer ist ein Impuls. Und was wir jetzt brauchen, ist eben ein Impuls, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wie gesagt, also die Ökonomen, so ich das gelesen habe, begrüßen das insgesamt schon. Als Überraschung, hätten wir nicht gedacht. Gute Idee. Wir sehen uns als kreativ. Es war nicht in der Diskussion. Es war nicht in der Diskussion. Und aber auch so ist die Bewertung insgesamt wohl positiv. Aber wie das so bei so komplexen Maßnahmen ist, ob sie sich zu 100 oder 80 oder 70 Prozent wirklich so durchschlägt, das muss man einfach mal abwarten. Ja, wobei man sagt, nicht in der Diskussion, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ich las heute Morgen auf Twitter so eine ganz lustige Zusammenstellung. Da hatte jemand einen Tweet von Christian Lindner rausgekramt, der zunächst eine Mehrwertsteuersenkung forderte. Vor ein paar Tagen schon, also vor diesem Treffen der Koalition und jetzt, nachdem sie beschlossen worden ist, das irgendwie auch wieder falsch findet. Also da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Was ist der Plan von Christian Lindner? Gut, vielleicht kann das ja jemand in den Kommentaren uns mal erläutern, was da der Kurs der FDP eigentlich ist. Ein weiteres Thema, das allerdings sehr kontrovers schon und ausführlich diskutiert worden ist im Vorfeld dieser Koalitionsrunde, ist die sogenannte Abwrackprämie oder manche sprachen auch von Abwrackprämie. Weil zunächst mal doch sehr in Zweifel war, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist, Philipp. Eine solche, sagen wir mal, Autoprämie neutral ist jetzt tatsächlich beschlossen worden, aber doch ein bisschen anders als vorher diskutiert. Genau, und zwar gibt es keine Zuschüsse für Verbrennermotoren, jedenfalls nicht für reine Verbrennermotoren, sondern es gibt eine Bundesprämie für E-Autos, die gab es bisher schon, die verdoppelt sich jetzt von 3000 auf 6000 Euro. Und für Autos bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro für Elektroautos. Und dazu kommt dann noch die bisher auch schon bestehende Prämie der Autohersteller von 3000 Euro. Also statt bisher insgesamt 6000 Euro Zuschuss gibt es jetzt also demnächst 9000 Euro Zuschuss. Und das ist schon eine Menge Geld, muss man sagen, wenn man sich überlegt, dass so die E-Autos so bei knapp unter 20.000 Euro beginnen, dann führt, oder die billigsten so um die 15, aber je nachdem. Aber es ist schon, selbst wenn du sagst, 25 kostet so ein Ding, dann kostet es halt noch 16. So, das ist schon ein Unterschied. Also jedenfalls fängt dieser Markt an bei unter 20.000. Wenn sie dann geliefert werden können. Wenn sie dann geliefert werden können, das hatten wir ja in einer der vergangenen Folgen diskutiert. Und wenn von diesen knapp 20 dann 9.000 aus fremden Kassen dazu fließen, halbiert sich halt der Preis dieses Fahrzeugs. Das ist also schon sehr substanziell. Wir haben es gesagt, keine Prämie mehr für reine Verbrenner, also für Autos, die nur mit Benzin und Diesel fahren. Das ist aus einer ökologischen Perspektive offensichtlich eine sinnvolle Idee. Wobei man sagen muss, die Mehrwertsteuersenkung wirkt sich natürlich auch hier so ein bisschen aus. Also ein bisschen billiger werden die Autos auch, aber es gibt jedenfalls keine Zuschüsse. Deswegen ökologisch auf den ersten Blick eine sehr gute Lösung. Aber Philipp, leider, man könnte fast sagen, wie könnte es anders sein bei einer Regierung, an der auch die Union beteiligt ist. Leider gibt es natürlich auch wieder hier aus ökologischer Perspektive eine kleine Mogelpackung zu beklagen. Ich weiß nicht, ob es eine Mogelpackung ist, es ist aber zumindest ein Wermutstropfen. Nämlich, dass durch diese Prämie auch Plug-in-Hybride finanziert werden. Also das sind Autos, die einen Benzin- und Dieselmotor haben. Und dazu auch einen Elektromotor, der von einem Akku betrieben wird, den man aufladen muss an einer Steckdose. Genau, da können wir kurz was sagen, nochmal zu den Begriffen, die da verwendet sind. Philipp hat gerade gesagt, Plug-in-Hybride haben einen normalen Motor und einen Elektromotor. Und sie haben auch einen Stecker, womit man diese Batterie aufladen kann. Dann gibt es auch noch Hybride. Das waren so die ersten Mischmodelle, die vor einigen Jahren schon auf den Markt kamen, in den USA heute schon sehr verbreitet. Die kann man nicht an der Steckdose aufladen, denn die haben einfach nur eine Batterie, wo sie quasi die Energie auffangen, die beim Bremsen entsteht. Und die auch ein bisschen durch den Motor wieder aufgeladen wird, aber jedenfalls nicht durch eine externe Steckdose. Das ist ein Toyota Prius. Genau, und der ökologische Effekt ist halt, dass bei so einem normalen Hybriden die komplette Energie letztlich aus Verbrennung stammt, also aus der Verbrennung von Kraftstoff stammt. Nur so ein bisschen Energie wird zwischenzeitlich mal in der Batterie zwischengelagert, so kann man es etwas bildhaft formulieren. Wer mal bei den Plug-ins tatsächlich auch mit Strom fahren kann, wenn man denn will. Das Problem ist bloß, Philipp, passiert denn das überhaupt? Ja, das ist die große Frage. Also es gibt sehr viele Plug-in-Hybride, das Problem an diesen Plug-in-Hybriden ist aber vielfältig. Das eine ist, es sind A, sehr große Autos, also viele Hersteller haben sie im Programm, aber die meisten sind eben sehr groß. Ja, 210 PS laut ADAC hat der kleinste, 680 PS das große. Dann ist es natürlich so, dass diese Plug-in-Hybriden mit Strom fahren können, wenn man sie denn auflädt. Wenn der Akku nicht geladen ist, weil du ihn an der Steckdose nicht lädst, dann fährst du halt mit Benzin und Diesel only. Und der ADAC hat auch getestet, wie sind denn diese Verbrauchsangaben von den Plug-in-Hybriden und die sind in der Regel viel zu niedrig angegeben. In der Praxis verbrauchen die viel mehr. Sie haben auch Vergleichstests gemacht. Inwieweit sparen denn diese Plug-in-Hybride zu einem äquivalenten Verbrennermodell wirklich Sprit und CO2? Und das fiel auch sehr bunt aus. Einige sparen überhaupt nichts, andere sparen ein bisschen was. Also ich würde sagen, man kann die nicht komplett verdammen, aber das ist zumindest eine sehr umstrittene Klasse, wo man sich fragen sollte, ob die wirklich gefördert werden. Das ist nämlich genau der Punkt. Jedenfalls aus der Perspektive einer ökologischen Lenkungswirkung sind die Hybride ganz sicherlich nicht oder auch die Plug-in-Hybride ganz sicherlich nicht der richtige Weg. Sondern da müsste man dann konsequent auf E-Mobilität setzen. Das heißt also, wenn man sich diese ganze Maßnahme der Autoprämie jetzt mal anschaut, aus einer wirtschaftlichen Perspektive gilt das selber eben wie oben bei der Umsatzsteuersenkung. Sehr wahrscheinlich wird es nur zu einem Strohfeuer kommen. Wir hatten ja vor einigen Folgen berichtet über die ökonomische Analyse der Abwrackprämie 2008. Und da kann man also, konnte man aber nur sagen, dass es eben zu einem Strohfeuer gekommen ist. Es wird quasi Konsum vorgezogen. Und wie es um die ökologische Lenkungswirkung steht, muss man abwarten. Da gibt es eine Chance, dass richtige E-Autos gekauft werden. Aber es gibt eben auch das Risiko, dass die Hybride gekauft werden. Aber man muss schon nochmal festhalten, dass das auch ein wirklich nicht zu verachtender Erfolg ist, dass die deutsche Automobilindustrie als Lobby sich hier hat nicht durchsetzen können. Mit der reinen Verbrenner. Mit der reinen Verbrenner. Dass es kein Geld für reine Verbrenner gibt. Das mag für uns jetzt irgendwie so ein No-Brainer sein. Aber es war für viele schon eine Überraschung, dass die SPD hat sich da auch durchsetzen können. Und einige sprechen da auch von Zeitenwende und so. Also das, finde ich, ist schon ein nicht zu verachtender Gewinn für die Gesellschaft insgesamt, dass eine große, große Lobby eine offensichtliche Quatsch-Subvention nicht hat durchsetzen können. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Philipp. Gut, dass du das nochmal ansprichst, würde ich voll unterschreiben. Darin sehe ich durchaus auch eine gewisse Symbolik. Da sehe ich wirklich auch ein deutliches Zeichen, dass möglicherweise doch auch in Deutschland, dem Autoland, dem Verbrennerland, dem Land der unbegrenzten Geschwindigkeiten auf Autobahnen und ähnlichen interessanten Erscheinungen, dass also auch in diesem Land ganz langsam doch mal umgesteuert wird, weg von den Verbrennerautos. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. Und du hast es gesagt, auch gerade, dass eben diese starke Lobby der Autokonzerne hier an ihre Grenzen gestoßen ist. Es fließt aber auch Geld in die Ladeinfrastruktur, unter anderem, also 2,5 Milliarden Euro sind vorgesehen für Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur, natürlich super wichtig. Die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und die Batteriezellfertigung, das sind 2,5 Milliarden. Da muss man nochmal sehen, wie das konkret ausgestaltet wird, aber dass da Geld reinfliegt, ist natürlich gut. Ja, das ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll. Uns haben allerdings 2 Hörer darauf hingewiesen, wir hatten ja das Thema E-Mobilität vor ein paar Wochen schon mal, dass es neben Geld für Ladesäulen einfach auch Regulierung braucht. Auf Deutsch, wir brauchen Standards. Denn hier beklagen jedenfalls 2 Hörer, die uns geschrieben haben, hier beklagen 2 Hörer weiter ziemliches Wirrwarr. Ein Hörer schreibt uns, Zitat, Erster Schritt wäre der von euch, also uns in der Lage, auch angedeutet vorgegebene Ladesteckerstandard mit vor allem maximal einfacher und am Anfang ultrasubventionierter Bezahlung per Kreditkarte, kontaktlos oder Handy ohne SMS, ohne Kundenkarte und ohne Ladenetzwerk-Zugehörigkeit. Denn das scheint ein Riesenproblem zu sein, dass man sich bei allen möglichen Dienstleistern einmal anmelden muss und das müsste ganz dringend einheitlich werden. Das ist die absolute Hölle, es gibt tausend Dienstleister und Kundenkarten und bezahlen und geht es nicht und so. Also da sagt er auch, der von sich behauptet, er hätte lange in der Autoindustrie gearbeitet, das muss man natürlich machen, da fehlt es einfach der Politik an Willen, da muss man jetzt mal abwarten. Und er sagt insbesondere, das ist kein technisches Problem, man könnte halt einfach verpflichtend sagen, es muss quasi Roaming geben. Also man kann natürlich sagen, es gibt verschiedene Netze, aber die müssten halt Roaming zulassen, um den ganzen Wahnsinn mal deutlich zu machen. Was bislang stattfindet an den Ladesäulen, ist so ein bisschen so, als könnte man bei einer Aral-Tankstelle nur mit einem Vertrag mit Aral tanken und bei Shell nur mit einem Vertrag mit Shell und bei allen anderen, die es dann noch so geben mag, jeweils nur mit einem Spezialvertrag. Das würde also bedeuten, man müsste irgendwie, keine Ahnung, wie viele einzelne Kundenbeziehungen unterhalten zu Mineralölkonzernen, um überhaupt tanken zu dürfen. Und so stellt sich die Lage zurzeit für Nutzerinnen und Nutzer von E-Mobilität dar, das kann nicht richtig sein. Die Kritik lautet auch, dass die deutsche Automobilindustrie nach zehn Jahren, nachdem Tesla das Modell S eingeführt hat, also das erste wirklich, sagen wir mal, überzeugende Elektroauto, ob sie nicht auch gemeinsam gelten, eine Ladeinfrastruktur investieren soll. Also wenn der Bund jetzt hier Geld in die Hand nimmt und 2,5 Milliarden unter anderem für Ladeinfrastruktur, klingt ja nicht schlecht, dann sollte er vielleicht drüber nachdenken, ob er nicht auch regulatorisch hier eingreift und irgendwie zu einem Roaming zwingt für das Aufladen von Autos. Dann will die Bundesregierung den sogenannten Photovoltaikdeckel beseitigen, das ist eine uralte Forderung von Klimaschützern, haben wir ja auch schon gemacht, also der Deckel bedeutet ja, man kann zwar neue Photovoltaikanlagen ans Netz bringen, bekommt dann aber ab einer bestimmten Menge, die am Netz ist, keine staatliche Förderung mehr. Widersinnig. Was natürlich Photovoltaik dann auch uninteressant macht, dieser Deckel soll wegfallen und man soll also auch Photovoltaikanlagen subventioniert bekommen oder bezahlt bekommen, die über diese bestimmte Kapazität hinaus ans Netz gehen, dann soll auch bei Wind mehr ausgebaut werden als geplant und der Strompreis soll gesenkt beziehungsweise stabilisiert werden, da geht es um diese EEG-Umlage, also die normalerweise durch die Krise stark steigen würde. Wie geht das? Naja, durch die Krise gibt es weniger Nachfrage nach Strom, deswegen ist der Börsenstrompreis niedrig, man gleicht aber mit dieser EEG-Umlage das Delta aus zwischen was kostet der Strom an der Börse und was muss man für subventionierte Anlagen zahlen und je höher dieser Unterschied ist bei niedrigem Strompreis und bestehender Garantie für EEG-Anlagen, desto höher ist diese EEG-Umlage. Die wäre normalerweise recht stark gestiegen, soll jetzt mit Steuergeld gedeckelt werden auf 6,5 und dann im nächsten Jahr auf 6 Cent. Das kostet insgesamt 11 Milliarden Euro, das ist eine Menge Holz, mit dem verhindert wird, dass der Strompreis steigt. Ob er jetzt sinkt, das ist glaube ich so ein bisschen umstritten, aber es soll ihn zumindest stabilisieren. Ja, der nächste Punkt im großen Konjunkturpaket, da geht es jetzt wieder um deutlich mehr Geld, nämlich um 25 Milliarden für Überbrückungsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen in den Sommermonaten, Juni bis August. Das heißt, das ist also jetzt wirklich so als Soforthilfe ausgestattet und da soll es insbesondere gehen um Bars, Clubs und andere Unternehmen, die einfach Corona-bedenkt nach wie vor schließen müssen. Es gibt ja inzwischen, wir haben es in der Lage ausführlich besprochen, auf breiter Front Lockerungen, aber die betreffen eben bestimmte Branchen nicht. Insbesondere Clubs und VeranstalterInnen von Großveranstaltungen werden sich auch die nächsten Monate auf nahezu Totalausfälle einstellen müssen, Philipp. Und denen soll jetzt geholfen werden und zwar pro Unternehmen mit bis zu 150.000 Euro, was ja eine ganze Menge Holz ist. Was eine Menge Holz ist, Bedingung ist aber, du musst im glaube ich Juli und August auch noch 50 Prozent weniger Umsatz haben als im Vorjahr, im Vergleich zum Vorjahr. Das sollte nicht so schwierig sein, wenn die Disco zu ist. Aber das glaube ich ist für viele tatsächlich, die jetzt immer noch trotz dieser Öffnung mit Problemen und Geschäftsschließungen zu kämpfen haben, wahrscheinlich eine Rettung. Also ich habe gesprochen mit Raimund Spitzer, der ist Mitbetreiber eines Clubs in Berlin, das Golden Gate. Eigentlich ein kleiner Club, aber ein sehr bekannter Club, der läuft auch. Also im Normalbetrieb ist das ein valides Geschäft, haben 50 Minijobber, acht Festangestellte. Also das ist so ein richtig kleines Unternehmen. Und Rai sagt aber, er hat das am 13. März eben geschlossen, macht eigentlich mit Geschäft keinen Umsatz, gibt halt ein bisschen Spenden und dergleichen. Aber das reicht hinten und vorne nicht. Bei mir selber ist das ja auch so ein Schwanken zwischen so einem Durchatmen, was es ja auch bedeutet, und einer eher so einer latenten Panik. So nach dem Motto, okay, wie bereite ich mich schon mal irgendwie drauf vor, dass es vielleicht nicht weitergeht. Und dass irgendwann der Punkt kommt, wo wir die Hand heben und sagen, hier, nee, hat keinen Sinn mehr. Also da sind auch wirklich funktionierende Unternehmen stehen da auf der Kippe und denen soll jetzt mit diesen immerhin 25 Milliarden Euro geholfen werden. Und das sind keine Kredite, sondern Zuschüsse. Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für eine außerordentlich sinnvolle Maßnahme und zwar sogar sozial als auch wirtschaftlich. Denn Philipp, du hast es angedeutet, das sind ja eigentlich gesunde Unternehmen. Das sind ja jetzt eben, da werden ja irgendwie keine halbtoten Unternehmen irgendwie mit einer staatlichen Mittelinfusion wieder zum Leben erweckt. Sondern es geht einfach um Unternehmen, die eigentlich gut dastanden, die jetzt aber heute einfach massive Probleme haben mit der Liquidität, also quasi mit den verfügbaren Mitteln in der Kasse. Kann man sich leicht vorstellen, ja, die Miete läuft weiter, aber es kommen eben keine Einnahmen rein. Und da geht es jetzt einfach darum, Pleiten zu verhindern, damit es nach dieser Pandemie überhaupt noch Bars und Clubs gibt und ähnliche Unternehmen. Und ich finde das total sinnig, denn dieses Geld verbrennt ja nicht einfach. Das Geld wird ja wieder für irgendwas ausgegeben, im Zweifel für Mitarbeitende und für Mieten natürlich. Und das führt ja auch dazu, dass diese Unternehmen nach der Pandemie noch da sind und dann auch wieder Umsätze produzieren können und Steuern zahlen können. Und das finde ich sehr sinnvoll, weil es so ein bisschen in dieses größere Bild passt, dass man durch Pandemiesubventionen versucht, quasi den Abbau von Infrastruktur zu vermeiden. Was man sonst so im Wirtschaftsleben zum Beispiel auch über die Kurzarbeit versucht. Also die Kurzarbeit, die eben staatlich massiv subventioniert wird, verfolgt ja vor allem das Ziel zu verhindern, dass Unternehmen in die Pleite gehen, abgewickelt werden müssen und dann irgendwann, wenn es wieder losgeht mit der Wirtschaft, eben sich nicht quasi am Aufschwung beteiligen können. Und genauso ist das hier auch. Infrastruktur soll nicht abgebaut werden, das, was da ist, soll erhalten werden, damit dann der Aufschwung schneller klappt, wenn er denn kommt. Und insofern finde ich, das ist eine vernünftige Lösung. Wir kommen zu den Kommunen. Das ist immer so ein bisschen so abstrakt. Ja, die Kommunen heißt es dann immer, aber das ist in Deutschland ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil. Ihr alle, wir alle leben in einer Kommune. Das ist so die kleinste Struktureinheit in unserem Staat. Also es gibt es in dem Bund, die Länder und die Kommunen. Und es gibt ja dieses Subsidiaritätsprinzip, wonach jede Ebene eben nur genau das machen soll, was sie am besten kann. Und die Kommunen eignen sich halt besonders gut für ganz viele Sachen, wie zum Beispiel die Verkehrswege vor Ort. Da macht es einfach keinen Sinn, dass das der Bund aus Berlin plant, sondern dass das eben die Kommunen vor Ort machen. Schwimmbäder, Feuerwehr und so, das organisieren eben die Kommunen, die Landkreise, Städte und Gemeinden. Und die spielen einfach eine ganz große Rolle dafür, wie wir uns fühlen. Also das Gefühl, ob der Staat in Anführungsstrichen für uns da ist, ob der sich um uns Gedanken macht, ob der sich um uns kümmert. Dieses Gefühl hängt ganz maßgeblich davon ab, was die Kommune vor Ort tatsächlich tun kann. In einer Kommune, die finanziell schlecht aufgestellt ist, spürt man das sofort. Dann werden eben die Schwimmbäder geschlossen und die Schulen zerbröseln. Und dann gibt es natürlich andererseits auch Kommunen, die gut aufgestellt sind, zum Beispiel, weil sie ein großes Industrieunternehmen vor Ort haben. Also Gütersloh zum Beispiel ist ein Beispiel für eine relativ wohlhabende Kommune, weil da eben große Unternehmen sind. Aber auch die sind jetzt gerade ins Schlingern gekommen, einfach weil die Gewerbesteuereinnahmen massiv zurückgehen, Philipp. Und da springt jetzt der Bund teilweise ein. Genau, also die Gewerbesteuer ist ja die wichtigste Einnahmequelle für die Kommunen. Deswegen, ja du hast es gesagt, große Unternehmen haben dann auch unter Umständen großen Einfluss in der Kommune, weil sie eben zu großen Teilen den kommunalen Haushalt finanzieren. Wenn die jetzt weniger Umsatz machen, zahlen sie weniger Steuern und die Kommunen leiden. Und diese Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer, die will jetzt der Bund in Berlin aus Steuermitteln ausgleichen, die eben beim Bund anfallen. Außerdem sollen, und das hat Finanzminister Olaf Scholz ganz besonders hervorgehoben, 25 Prozent der Kosten für das Wohnen für Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen vom Bund übernommen werden. Und zwar dauerhaft, also nicht begrenzt und ausnahmsweise, sondern ein Viertel dieser Kosten soll jetzt für immer der Bund tragen. Das ist natürlich eine große Entlastung für die Städte und der Deutsche Städtetag, so ein Lobbyverband der Städte und Gemeinden ist zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, habe ich ein Interview gehört und die waren natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen traurig. Ihre große Forderung war immer, dass Altschulden bezahlt werden können. Also viele Kommunen sind ja sehr verschuldet und haben sehr, sehr viele Schulden und haben da kaum noch Spielraum. Und da war immer die Forderung, dass da jetzt mal quasi die Schulden auf null gesetzt werden mit Steuermitteln aus Berlin. Das ist nicht passiert, aber trotzdem war deren Reaktion durchaus positiv, dass sie sagen, damit können wir was anfangen, das hilft uns. Ja, den Eindruck würde ich auch teilen. Auf der anderen Seite bin ich persönlich schon sehr enttäuscht, dass das mit diesem Schuldenerlass nicht geklappt hat. Das war jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Fenster der Möglichkeiten, dass sich da scheinbar geöffnet hatte oder das möglicherweise sich hätte eröffnen können. Denn das Problem ist ja, dass es eben ganz viele Städte gibt, die aus alten Zeiten viele Schulden mit sich rumschleppen. Also gerade im Ruhrgebiet gibt es da viele Städte, die einfach durch den Strukturwandel in den 70er und 80er Jahren enorme Kosten hatten. Da sind dann eben Steuereinnahmen weggebrochen, Stichwort Gewerbesteuern zugleich, mussten die aber irgendwie sehen, dass sie neue Infrastruktur schaffen, dass sie neue Arbeitsplätze schaffen. Und die schleppen einfach seit alten Zeiten so viel Schulden mit sich rum, dass sie einfach nie mehr so richtig auf den grünen Zweig kommen. Das heißt also, das sind Städte, die werden auch noch auf Jahrzehnte abgehängt bleiben. Das gibt es nicht nur im Ruhrgebiet, aber so ein klassisches Beispiel. Die werden noch auf Jahrzehnte abgehängt bleiben, wenn es so weitergeht. Die können so viel gar nicht sparen, dass sie jemals wieder diese Schulden abzahlen. Und insofern ist es schon schade, dass wir diese historische Chance nicht genutzt haben. Denn also jetzt war ja mal Geld im Topf. Und das hätte auf Dauer die Konjunktur in diesen Kommunen deutlich gestärkt. Aber wie man hört, waren da insbesondere die reichen Bundesländer, also Bayern und Baden-Württemberg, knallhart und haben verlangt, dass das einfach nicht passieren darf. Dann soll es einen Kinderbonus geben von 300 Euro. Also jede Familie soll für ein Kind, für jedes Kind 300 Euro bekommen. Nur wer vom Kinderfreibetrag mehr profitiert als vom Kindergeld, geht leer aus. Also das sind im Kern Leute, die gut verdienen. Die kriegen diese 300 Euro nicht pro Kind. Finde ich total gut. Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht noch fokussierter stattfindet. Wirklich auf Leute, die es wirklich, wirklich brauchen. Aber immerhin gibt es da schon mal so einen kleinen Fokus, dass jetzt Leute, die wirklich gut verdienen, nicht auch noch 300 Euro vom Staat kriegen, die sie wahrscheinlich so ehrlicherweise nicht brauchen. Aber ja, also der VdK, also das ist so ein Sozialverband. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber die setzen sich sehr so für soziale Belange ein. Das ist, glaube ich, so eine Art Dachverband für die Sozialorganisation. Der spricht halt von einem Strohfeuer und sagt, es müsste noch mehr auf Bedürftige konzentriert werden. Weil 300 Euro sind 300 Euro, aber sie kommen halt eben nur einmal. Ja gut, ich meine, dieses Strohfeuer-Argument gilt ja im Grunde für nahezu alle dieser Maßnahmen, sofern sie nicht eben in die Infrastruktur fließen. Aber ich würde mal bei diesen 300 Euro zum Beispiel sagen, immerhin besteht hier die Chance, dass ein Großteil dieses Geldes, jedenfalls soweit es eben tatsächlich wirtschaftlich Schwächeren zufließt, tatsächlich direkt in den Konsum wandert und damit unmittelbar die Nachfrage befeuert. Interessant noch ein Paketchen, muss man leider sagen, für den öffentlichen Personennahverkehr. 2,5 Milliarden werden bereitgestellt, um Ausfälle zu kompensieren, die dadurch entstanden sind, dass einfach in den letzten Monaten weniger Fahrgäste Busse und Bahnen genutzt haben. Der Bund übernimmt also hier die Erstattung für einen Teil dieser Ausfälle. Auch das halte ich zunächst mal für eine sinnvolle Maßnahme, denn die öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen sind typischerweise kommunal finanziert, die Kommunen sind tendenziell wirtschaftlich schwach. Insofern ist es eine gute Idee, dass der Bund hier eingreift, das ist also mittelbar auch eine Förderung der Kommunen. Aber auf der anderen Seite finde ich, Philipp, ist da auch eine Chance vertan worden, denn jetzt geht es ja nur um die Ausfälle aus dem Ticketverkauf. Vielleicht hätte man ja einfach mal drüber nachdenken können, ob dieser Ticketverkauf nicht generell auf Dauer ersetzt werden kann durch einen ticketfreien Nahverkehr. Da gibt es ja schon in vielen Städten Diskussionen, auch erste Modellprojekte. Und da hätte der Bund doch mal überlegen können, ob er nicht an dieser Stelle einfach mal die große Lösung wählt. Klar, also da würde ich jetzt auch so sehen, also das geht da in die richtige Richtung, da hätte man aber noch mehr machen können. Man hätte eher sagen können, der Bund übernimmt viel mehr vom öffentlichen Nahverkehr, vielleicht auch dauerhaft wird da öffentlicher Nahverkehr finanziert, Radwege etc. Also da hätte man noch viel mehr machen können und außerdem sind diese 2,5 Milliarden, so wie ich das in diesem Papier gelesen habe, tatsächlich eher Ausgleich für Ausfälle und nicht Investitionen obendrauf. Nö, das ist einfach wiederum im Grunde nur eine Liquiditätshilfe. Und das ist generell, finde ich, so ein Maßstab, den man anlegen kann an diese ganzen Maßnahmen, stopfen die jetzt nur Löcher oder setzen die auch Zeichen? Deswegen hatten wir ja gesagt, wir haben diese Prüfsteine, dann ist das ökologisch sinnvoll und so. Setzen diese Maßnahmen Zeichen, versuchen diese Maßnahmen quasi langfristige Effekte zu zeigen und da ist das Bild gemischt, glaube ich. Wir wollen jetzt nicht nochmal alles Revue passieren lassen, wir haben da ja gerade drüber gesprochen. Aber ich denke, Philipp, das Gesamtfazit dieser Maßnahmen ist schon ein ganz deutlicher Eindruck, nämlich, dass die Politik in Deutschland liefert. Ja, das würde ich schon sagen. Also wie gesagt, das auch an alle, die irgendwie sagen, Staatsversagen und Scheißpolitiker und hier und da. Wir haben eine der größten Krisen in der Nachkriegszeit eigentlich und müssen doch sagen, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, USA und so, müssen wir sagen, wir kommen da relativ gut durch. Und jetzt gibt es halt eine Politik, die setzt sich hin und macht so ein, schnürt so ein Paket, was sicherlich immer noch besser geht, ja. Aber es wurden große Schnitzer verhindert, es geht doch in die richtige Richtung, auch haben wir jetzt gar nicht erwähnt, Forschungsausgaben, Quantencomputing, Wasserstoff, also erneuerbaren Strom für Wasserstoffherstellung etc. nutzen. Da fließen auch einige Milliarden rein. Also ich finde, die Grundrichtung stimmt, klimatisch, ökologisch hätte es noch mehr sein können. Claudia Kämpfer hat gesagt, da fehlt so ein bisschen der ökologische Wumms. Ja, das ist ja ganz lustig. Also wir haben gerade gesagt, die Politik liefert, noch besser ist die Kommunikation der Politik in diesem Fall. Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, sprach eben tatsächlich davon, dass jetzt dieses Paket den ganz großen Wumms leiste. Und das klingt jetzt erstmal total banal und auch vielleicht so ein bisschen unterkomplex, aber das sind eben genau die Begriffe, die sich festsetzen. Man sieht das, also jeder hat irgendwie gehört, der Wumms, man hat so ein bisschen den Ahnung, hier wird richtig mit harter Hand zugelangt. Und sogar Claudia Kämpfer hat ja diesen Begriff des Wumms aufgenommen in ihrer Kritik an diesem Paket. Also da sieht man mal, wie stark dieser Begriff eigentlich ist, den Olaf Scholz da geprägt hat. Also Kämpfer ist die Klimaexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Ökonomin ihrerseits. Eine der größten Kritikpunkte, die ich noch so anbringen würde, ist ja, es gibt keine Abwrackprämie, keine Prämie aus Steuermitteln für Verbrenner. Aber es gibt eben doch sehr, sehr viel Geld für neue Autos, während es für alternative Fortbewegungsmittel, öffentlicher Nahverkehr, Radfahren etc. vergleichsweise wenig gibt. Ja, man hätte sich ja zum Beispiel überlegen können, wir haben gerade schon gesagt, Investitionen in ticketlosen Nahverkehr oder alternativ dazu hätte man sich ja vorstellen können, einen großen Bundestopf zum Ausbau von Radwegen. Also in Berlin zum Beispiel werden jetzt überall so mit ganz einfachen Mitteln sogenannte Pop-up-Radwege gebaut. Ja, da werden also Radwege einfach quasi hergestellt dadurch, dass man Spuren sperrt für den Autoverkehr und so. Sieht alles sehr improvisiert aus, aber bringt eine ganze Menge. Also die sind, wenn sie nicht wieder zugeparkt werden, sind diese Pop-up-Radwege wirklich eine sehr sinnvolle Sache. Und da sieht man, wenn da jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung wäre, damit die Kommunen wirklich geschützte Radwege bauen können, dann könnte da eine ganze Menge mit relativ einfachen Mitteln geschehen für einen attraktiveren Radverkehr. Und du hast es gesagt, Philipp, da könnte man sich noch mehr vorstellen. Aber ich denke trotzdem, insgesamt finde ich, kommt Deutschland relativ glimpflich durch die Krise. Klar, einige Branchen trifft es hart, aber zum Beispiel der Vergleich zu den USA, zu denen kommen wir später noch ausführlicher, macht deutlich, was bei uns so alles richtig läuft. Also die Corona-Eindämmung zum Beispiel ist viel wirksamer als in den USA. Wir haben darüber ja wochenlang im Detail gesprochen, möchte ich jetzt nicht nochmal wieder aufgreifen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben die Pandemie in Deutschland relativ gut in den Griff. Ich hoffe sehr, hier fliegt uns nicht irgendwann wieder der Deckel vom Topf, weil die Menschen natürlich schon sich anders verhalten in den letzten Wochen. Aber jedenfalls bislang kann man sagen, die Corona-Eindämmung ist wesentlich wirksamer. Die Vereinigten Staaten haben inzwischen über 100.000 Tote zu beklagen. Auch die Grundrechte wurden im Grundsatz bewahrt. Das ist auch ein Thema, das uns in der Lage immer beschäftigt hat. Ja, es wurden hier und da Fehler gemacht. Hier und da sind staatliche Corona-Maßnahmen zu weit gegangen. Beispielsweise bei der Versammlungsfreiheit, das haben wir auch in der Lage kritisiert. Diese Fehler wurden aber auch korrigiert. Und die wirtschaftlichen Folgen sind trotz wirksamer Corona-Bekämpfung weit weniger gravierend als in den USA. Wir haben das Stichwort Kurzarbeit eben auch schon erwähnt. Diese subventionierte Kurzarbeit verhindert eben Kündigung, rettet Arbeitsplätze in den USA. Gibt es inzwischen über 15 Millionen Corona-bedingte Kündigungen. 15 Millionen Menschen haben ihren Job verloren. Umgerechnet auf Deutschland wäre das über 5 Millionen Arbeitslose. Und die haben wir nicht. Natürlich haben einzelne Menschen auch in Deutschland ihren Job verloren. Gerade Selbstständige haben de facto ihren Job verloren. Aber jedenfalls Beschäftigte, abhängig Beschäftigte sind in aller Regel in ihrem Job geblieben, weil die Kurzarbeit eben Kündigung verhindert. Liquiditätshilfen haben wir besprochen, retten Firmen. Und insofern muss ich schon ganz ehrlich sagen, mein Eindruck ist im Großen und Ganzen, wie du sagst Philipp, steuert Deutschland ziemlich gut durch die Krise. Und das ist doch irgendwie auch mal schön zu vermelden. Das belegen auch die aktuellen Zahlen, auf die man nochmal hinweisen muss. Wir kommen zum Corona-Update. Genau, wir hatten jetzt zuletzt so 300, 390, knapp 400 Neuinfektionen pro Tag. Gibt so ein paar lokale Ausbrücke wie in Göttingen, wo halt bei privaten Feiern doch einiges schiefgegangen ist. Aber die Tendenz ist klar sinkend. R, dieser Faktor, wie viele Infizierte jeweils andere Menschen anstecken, der liegt so, ist halt ungenau. Gerade weil die Zahl der Neuinfektionen auch so niedrig ist und ist geschätzt. Aber irgendwie sowas, 0,5, 0,6, 0,7 liegt ja. Und die Frage ist natürlich, warum sind diese Zahlen so niedrig? Also wir waren bei der Lage ja auch sehr, sehr skeptisch, als es um diese Öffnung ging vor einigen Wochen. Und haben eigentlich eher dagegen argumentiert. Und man muss jetzt sagen, die Realität hat uns bisher noch nicht recht gegeben. Das muss man so sehen. Und wir waren ja auch nicht die Einzigen, die da gewarnt haben. Also insbesondere viele Medizinerinnen und Mediziner haben diese Sorge ja geteilt. Und der Spiegel hat in dieser Woche eine ausführliche Analyse, wie dieser Effekt zu erklären sein könnte. Sehr wahrscheinlich hat das viel zu tun mit dem relativ guten Wetter. Denn das ist ja ein großer Unterschied, der in den letzten Wochen in der akademischen Diskussion herausgearbeitet wurde. Ein großer Unterschied zwischen Innenräumen und draußen. Also wir hatten ja auch immer vor Tröpfcheninfektionen gewarnt. Dann haben wir aber vor ein, zwei Folgen, glaube ich, nochmal deutlich gemacht, dass es eben neben den Tröpfcheninfektionen, die so durch Abstand halten, anderthalb bis zwei Meter weitgehend verhindert werden können, auch die sogenannten Aerosole gibt. Das sind also viel feinere Tröpfchen, die in der Raumluft erhalten bleiben. Das heißt also, es gibt Infektionen über die Atemluft, die man auch durch Abstand halten nicht verhindern kann und die man auch durch Masken tragen nur, sagen wir mal, verringern kann, aber auch nicht verhindern kann. Und diese Aerosol-Infektion ist eben eine spezifische Gefahr von Innenräumen, weil da die Luft häufig nicht so schnell ausgetauscht werden kann, dass die Aerosol-Infektionen verhindert werden können. Und wenn die Menschen sich aber draußen aufhalten, wo der Wind einfach die Luft ständig austauscht, dann ist diese Gefahr gebannt. Und das ist so der zentrale Erklärungsansatz, warum es so schlimm nicht gekommen ist. Solange die Leute eben nicht im Restaurant sitzen, sondern draußen auf der Terrasse, ist die Ansteckungsgefahr vergleichsweise gering. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, es mag auch einen geringen Temperatureffekt insgesamt auf das Virus geben. Also, dass es bei tendenziell wärmeren Temperaturen sich nicht so leicht verbreitet oder nicht so lange überlegt wie bei kalten Temperaturen. Und dann gibt es halt noch diesen Faktor K, nenne ich ihn mal, Dispersion und Überdispersion wird dadurch angezeigt. Also, da hatten wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Aber diese Zahl K, denke ich, die sollte man hier noch mal erwähnen. Die zeigt nämlich an, wie verteilen sich eigentlich die Infektionen in der Bevölkerung. Ja, also K kann sein 1 oder 0. Und bei 1 ist es eine gleichmäßige Streuung. Das heißt, jeder, jede Infizierte steckt genau bei SARS-2, Covid-19 jetzt zwei andere an. So, dann ist das sozusagen total gleich verteilt. Und so Superspreading-Events, Feiern, Partys, große Zusammenkünfte spielen eigentlich keine große Rolle, weil sowieso jeder genau die Zahl ansteckt, die halt für dieses Virus typisch ist. Und auf der anderen Seite ist es K gleich 0. Da gibt es sozusagen eine maximale Ungleichverteilung. Da gibt es also die meisten Infizierten, die überhaupt niemand anderen anstecken. Und sehr, sehr wenige, die aber sehr, sehr viele anstecken. Und bei dieser Zahl, bei diesen Verläufen sind halt solche Superspreading-Events wie Stadion, Party, Clubs etc. super wichtig und super zentral, weil eben genau auf diesen Events dann diese Ansteckungen vollzogen werden und die Epidemie getrieben wird. Und bei SARS-1, also vor was, 17 Jahren jetzt, war es eben wie so 0,1. Also da war es eine sehr ungleich verteilte Geschichte. Und es kam halt auf so einzelne Events extrem an. Und bei SARS-2, Covid-19, ist es jetzt unklar. Also der London School of Hygiene and Tropical Diseases hat so einen Preprint rausgebracht. Die schätzen K für Covid-19 jetzt bei 0,1. Also was eine extreme Ungleichverteilung wäre, dass 10 Prozent der Infizierten für 80 Prozent der Ansteckungen verantwortlich sind. Und Gabriel Lung aus Hongkong und Kollegen haben auch einen Preprint veröffentlicht, wo geschätzt wird, dass K für Covid-19 bei 0,45 liegt, also deutlich höher. Noch nicht bei 1, aber doch ein bisschen gleichmäßiger verteilt ist, als dass die Kollegen aus London annehmen. Tendenz scheint aber, obgleich dieser Unklarheiten, dass eben diese Superspreading-Events eine große Rolle spielen. Schulen, denke ich, sagt auch Christian Drosten von der Charité, soll man aus tausend Gründen aufmachen. Aber man muss halt sehr, sehr genau das beobachten. Sobald es Infektionen gibt, eben alle, die damit in Kontakt waren, sofort ohne Test in Quarantäne. Anders ist das wohl nicht zu machen. Ja, und was ganz wichtig ist dabei, ist auch, dass dieses Superspreading eben nicht bedeutet, oder Superspreader, wenn man es auf Menschen bezieht, nicht bedeutet, dass diese Menschen irgendwie aus irgendwelchen Gründen superinfektiös sind. Sondern das bezieht sich vor allem auf die Umstände. Also zum Beispiel den Aufenthalt in irgendeinem Club, wo einfach ganz viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Das fand ich auch eine ganze Weile sehr irritierend. Und es scheint also tatsächlich so zu sein, dass es vor allem um die Situation geht und weniger um die Menschen. Also klar, wenn man das schafft, solche einzelnen Ausbrüche wirklich in den Griff zu bekommen, dann kann man möglicherweise eine Menge tun. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen. Also ganz wichtig, die Masken. Sie wirken eben tatsächlich, da gab es gerade noch mal ein neues Paper, das in Science veröffentlicht worden ist. Und da muss man ganz deutlich sagen, hat das Robert-Koch-Institut anfangs, glaube ich, echt einen Fehler gemacht, dass es von der Benutzung von Masken abriet. Ja, es gab damals ein Versorgungsproblem. Es gab nicht genügend Masken für alle. Aber trotzdem war das, glaube ich, keine gute Kommunikation. Ganz spannendes Detail noch am Ende unseres Corona-Update-Blogs. Und zwar Stichwort Schweden, Philipp. Schweden wurde ja gerade von Corona-Skeptikern immer so gehandelt als das Beispiel, dass man auch fast ohne Corona-Maßnahmen irgendwie gut durch die Krise steuern könne. Daran gab es schon länger großen Zweifel, weil die Sterblichkeit, die Corona-Bedingte in Schweden so um den Faktor 4 etwa höher lag als in Deutschland. Philipp, und nun gab es ein ganz interessantes Statement dazu von Anders Tegnell. Das war so einer der Chef-Virologen, quasi der Drosten Schwedens. Ja, nicht nur, also das ist ein schräger Vergleich, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Tegnell oder Tenniel oder so ausgesprochen wird. Ihr wisst, wen wir meinen, sorry für die falsche Aussprache, aber ich glaube, er hatte schon noch eine zentralere Rolle, die Drosten immer unterstellt wird, die er aber, glaube ich, nicht hat. Er hat das schon maßgeblich damit gelenkt in Schweden. Und er hat im Radio gesagt, If we encountered the same disease, knowing what we know today, I think we would end up doing something in the middle between what Sweden did and what the rest of the world did. Ja, also das auf Deutsch, wenn wir jetzt heute mit derselben Krankheit noch mal konfrontiert würden, und zwar in dem Wissen, was wir heute wissen, dann würden wir vermutlich am Ende etwas machen, was so etwa in der Mitte liegt zwischen dem schwedischen Weg und dem, was der Rest der Welt getan hat. Das heißt also, er findet diese sehr zurückhaltenden schwedischen Maßnahmen inzwischen auch nicht mehr richtig. Wobei man natürlich wiederum deutlich sagen muss, Schwedens Probleme vergrößern sich eben natürlich auch dadurch, dass die Nachbarstaaten einfach die Grenzen dicht gemacht haben, weil Schweden inzwischen so einfach als Corona-Gefahrenzone gilt. Genau, das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema, nämlich Grenzen, Grenzen öffnen, Reisefreiheit. Ja, genau, das fand ich ein sehr spannendes Thema. Hatten wir schon seit Längerem auf dem Zettel, haben wir da mal so ein bisschen geschoben. Aber in dieser Woche, denke ich, passt es ganz gut, weil es da auch aktuelle Nachrichten gibt. Also es gab ja seit langem große Skepsis, ob dieses Grenzen-Schließen wirklich sinnvoll ist in einem Europa, das sich ja eigentlich die offenen Grenzen auf die Fahnen geschrieben hat, insbesondere in der Schengen-Zone. Und nun, es beginnt ja so langsam die Ferienzeit. Und man kann sich die Frage stellen, wohin dürfen, wohin können wir denn eigentlich wieder reisen? Philipp hat das in den letzten Tagen schon mal für euch getestet, ja, mit dem Reisen. Und das lief nicht ganz so dolle, Philipp. Nein, es lief nicht wirklich rund. Also ich hatte die Gelegenheit, mit einem Freund zwei, drei Tage zu segeln auf der Ostsee. Und da habe ich gesagt, du, dann hat sich so ergeben, lass uns doch mal nach Bornholm fahren. Bornholm ist Dänemark. Und ich dachte, na ja, es ist zwar Einreisebeschränkung, aber Geschäftsreisen sollen erlaubt sein. Und ich dachte, vielleicht kann man da ja was erzählen, irgendwie journalistisch und mal gucken und so. Wir sind also hingefahren und sind dann im Hafen von Rönne festgemacht, waren ein bisschen erschöpft, weil wir über Nacht gefahren waren. Wir haben uns dann irgendwie erst mal aufs Ohr gelegt, als wir um sieben Uhr morgens da irgendwie aufgetaucht sind im Hafen. Und dann klopfte aber um acht der Polizist und sagte hello, war sehr, sehr freundlich und fragte, was macht ihr denn hier? Und wir so, ja, wir sind jetzt rübergekommen und es ist ja eine Geschäftsreise, ich bin Journalist und so und wollte mal gucken und so. Und er sagt, ja, ja, mhm, 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 mhm. Ja, hat das sehr freundlich alles angehört. Und dann jeder, jeder Absatz von dem, was er sagt, der endet aber mit den Worten, ja, but you have to leave now. Und wir so, ja, aber können wir nicht? Und er so, ja, mhm, mhm, ja, but you have to leave now. So lief das immer die ganze Zeit. Wir sagen, ja, aber wir sind doch jetzt gerade und können wir nicht erst mal schlagen? Aber ja, I understand, ich verstehe, ihr habt jetzt wenig geschlafen und so. But you have to leave now. Damit aber die ließen dann nicht mit sich reden, ne? Sie liefen nicht mit sich reden. Ich habe auch so... Ihr dürftet nicht mal auf dem Boot bleiben. Ich meine, ihr hättet ja nun wirklich niemanden mehr angestellt. Genau, aber wir haben uns, das können wir auch in die Kapitel packen, in die Bilder, wir haben hier eine Entscheidung über die Einreiseverweigerung an der Grenze von Danmark Polity bekommen. Ja, also der Unterzeichnete erklärt hiermit, dass ihnen gemäß Paragraph Blah im dänischen Ausländergesetz die Einreise nach Dänemark verweigert wird, da sie als eine Bedrohung gegen die öffentliche Gesundheit angesehen werden und da sie keinen anerkennenswerten Zweck für ihre Reise angegeben haben und so weiter. Wir hätten da noch Beschwerde einlegen können. Das haben wir uns jetzt gespart. Also Pirat Banse ist gleich mal rausgeflogen. So, wir sind rausgeflogen, haben gesagt, you can go to Sweden. Die haben die Grenzen offen, Schweden. Und dann kam der Wind aber genau aus Richtung Österreich. Da haben wir gesagt, jetzt noch kreuzen nach Schweden. Das schaffen wir nicht, sind wir wieder auf einem großen Weg zurückgefahren nach Rügen. Also das war also der Test für euch, also Einreisen nach Dänemark. Man kann dann, wenn man sein Haus hat und irgendwie so, dann geht das. Aber so einfach reinfahren, das geht nicht, das ändert sich jetzt aber gerade. Genau, jetzt ist Besserung in Sicht, denn Horst Seehofer hat gerade heute Mittag bekannt gegeben, dass die deutschen Grenzkontrollen zu anderen europäischen Staaten nach seinen Vorstellungen Mitte des Monats wegfallen soll. Einen entsprechenden Vorschlag werde er nächste Woche Mittwoch, so sagt er, dem Bundeskabinett vorlegen. So Seehofer nach Videoberatung mit seinen EU-Kollegen. Da gab es also offenbar eine Videokonferenz der Innenminister der EU-Staaten. Genau, heute am Freitag war die. Genau, und er wusste auch zu berichten, dass ein Großteil der anderen EU-Staaten, die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen ebenfalls Mitte des Monats aufheben werde. Und ein kleinerer Teil der Staaten werde dies Ende Juni tun. Das heißt also, jedenfalls ab Juli ist es hoffentlich wieder vorbei mit den geschlossenen Grenzen. Zumindest innerhalb Europas. Genau, aber wie kann denn das überhaupt sein, Philipp, dass es monatelang Grenzkontrollen gab, obwohl wir doch eigentlich in Europa den Schengen-Raum haben? Naja, wir haben 26 Länder, ja, und eigentlich darf es keine zumindest stationären Kontrollen geben. Also es darf ja so punktuell im Hinterland und so an der Grenze. Die Schleierfahndung. Die Schleierfahndung und so, da darf man schon kontrollieren. Aber jetzt stationär Bude aufbauen, Posten errichten, kontrollieren, das ist eigentlich nicht gestattet. Ausnahmen sind möglich bei wichtigen Gründen, zum Beispiel Fußballspiele, um Krawalle zu verhindern und so. Aber wegen Corona haben die Staaten halt relativ unkoordiniert, muss man sagen, vor einiger Zeit eben diese Kontrollen verhängt und Einreise nur bei wichtigen Gründen und, und, und. Und jetzt gibt es momentan ein recht heterogenes Bild, ja, also viele Staaten wollen halt Mitte Juni öffnen, einige Ende Juni. Slowakei hat heute schon die Grenzen nach Österreich und Ungarn ohne Einschränkung wieder eröffnet, nicht aber nach Deutschland. Tschechien dagegen hat die Grenzen zu Deutschland heute wieder geöffnet. Italien lässt Reisende aus EU-Ländern, aus Norwegen, Schweiz, Island, Liechtenstein und Großbritannien einreisen, sofern sie nicht in den letzten zwei Wochen in irgendeinem anderen Land waren, wie zum Beispiel der USA und so. Also da muss man, wenn ihr verreisen wollt, sich aktuell noch, glaube ich, sehr genau informieren, wo man wie einreisen kann. Bis zum 15. gilt das auch für Deutschland? Polen ist besonders streng, ja, da sind die Grenzen komplett zu gewesen und auch heute wohl noch, ein bisschen schwer rauszukriegen, aber soweit wir das rausfinden konnten heute, nur mit Ausnahmenehmigung kommt man rein. Denn quasi die Muster-Europäer waren Luxemburg und die Niederlande und Deutschland im Verkehr mit diesen beiden Ländern, da waren die Grenzen durchgehend offen. Wobei mal gesagt wurde, aber bitte nur aus wichtigen Grundreisen, aber es wurde jedenfalls nicht so richtig kontrolliert. Ich kann ja auch froh sein, glaube ich, dass ich nicht in Quarantäne musste, als ich aus Dänemark zurückkam. Ups, ja, genau. Oder? Ja, da gab es auch so Regelungen, wer sich mehrere Tage im Ausland aufgehalten hat, musste 14 Tage in häusliche Isolierung einhalten. Das haben aber die Bundesländer doch sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt. Aber ich war ja auch nur eine Stunde in Dänemark. Und irgendwie auch nicht so richtig. Und Kontakt hatte ich sowieso zu mir. Genau, also solange dich nicht irgendwie die dänischen Möwen angeflirtet haben, Philipp, müsste alles gut sein. Gut, aber mit anderen Worten, dürfen Deutsche überhaupt schon wieder ins Ausland reisen? Na, da ist die Antwort, ein Ausreiseverbot gab es sowieso noch nie. Es gab nur eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts, die gilt auch weiterhin. Sie soll aber ab dem 15. Juni durch spezifische Reisehinweise für einzelne Länder ersetzt werden. Es gab also kein Reiseverbot, sondern eher eine Art Appell, zu Hause zu bleiben. Aber man sollte sich auf jeden Fall natürlich bei seiner Reise Krankenversicherung erkundigen, Philipp, wenn man ins Ausland reisen will. Ja, genau, also weil diese Reisewarnungen, die haben zwar keine juristisch bindende Wirkung, dass man nicht ins Ausland reisen darf. Aber unter Umständen hat das einen Einfluss darauf, ob man zum Beispiel Kosten erstattet bekommt, wenn die Reise ausfällt oder eben Krankenversicherungen. Da gibt es einige Krankenversicherungen, die zahlen halt nicht, wenn du in ein Land fährst, für das eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht. Also da muss man sich sozusagen genau informieren, ob das für die eigene Reiseversicherung gilt. Außerdem ist, glaube ich, insgesamt anzuraten, dass auch wenn man ins EU-Ausland fährt, sich durchaus eine billige Auslandsreisekrankenversicherung zulegt. Weil eben die gesetzliche Krankenversicherung, glaube ich, nur die Kosten trägt, die auch in dem jeweiligen Land von der Krankenversicherung erstattet werden. Und zum Beispiel Rückflüge und sowas werden da nicht bezahlt. Und da sollte man sich das, glaube ich, sowieso zulegen. Kostet, glaube ich, auch nur ein paar Euro. Ja, also da will man auf gar keinen Fall irgendwelche Risiken eingehen. Aber Philipp, bevor wir da jetzt uns zu sehr in den Details verlieren, ich frage mich bei dieser ganzen Diskussion, wo bleibt denn da eigentlich die Reisefreiheit? Wo bleibt denn der offene Schengen-Raum? Warum hat man denn da überhaupt die Grenzen zugemacht? Ist das sinnvoll? Ja, ich fand das ja auf den ersten Blick sehr plausibel, muss ich ehrlich sagen. Also, dass man sagt, okay, wir wollen verhindern, dass der Virus oder dass das Virus durch Europa reist. Wir machen Ausgangsbeschränkungen. Die Leute dürfen nur unter bestimmten Bedingungen auf die Straße und nur mit wenigen Leuten. Da finde ich, macht es auf den ersten Sinn durchaus Sinn zu sagen, ja gut. Und sie dürfen halt nicht einfach so von Land zu Land reisen, weil das das Virus unter Umständen über die Grenzen trägt. Also, die Regel wäre dann gewesen quasi Grenzen zugleich, Virus draußen. Ja. Aber da kann man sich doch schon die Frage stellen, bringt das denn wirklich was? Denn diese Theorie setzt ja schon voraus, dass quasi auf der einen Seite der Grenze wesentlich mehr Infektionsgefahr herrscht als auf der anderen Seite. Aber wenn das nicht so ist, ja, wenn einfach quasi in beiden Ländern sowieso schon Corona-Krise ist, ja, dann macht das doch eigentlich keinen Unterschied, ob man nun von München nach Nürnberg fährt oder von München nach Salzburg, oder? Aber du limitierst doch Bewegung. Also, dann gibt es halt nur die Fahrten von München nach Nürnberg, aber nicht die Fahrten von München nach Wien. Ja gut, aber dann könntest du natürlich auch einfach sagen, du verbietest in Deutschland Reisen. Wo ist denn da der Unterschied eigentlich jetzt zwischen innerstaatlichen Reisen und Reisen zwischen München und Salzburg? Na, die Hemmungen sind halt größer. Du bist immer noch ein Nationalstaat und ich meine, Mecklenburg-Vorpadern hat das ja probiert. Oder Brandenburg war es, glaube ich. Nee, Mecklenburg war es. Mecklenburg, die gesagt haben, also Einreisen nach Mecklenburg aus Berlin einfach so geht nicht. Da standen die Polizisten an der Autobahnabfahrt und haben dich zurückgeschickt, bis ein Gericht das kassiert hat. Also da würde ich auch sagen, also man kann natürlich sagen, wir wollen generell nicht mehr so sehr, dass Leute reisen. Aber spezifisch die Kontrollen in Außengrenzen finde ich aus dieser Perspektive außerordentlich problematisch, weil die so mit dem europäischen Geist überhaupt nicht vereinbar sind. Man kann natürlich sagen, wir wollen generell, dass die Leute zu Hause bleiben. Gab es ja zum Beispiel auch in Frankreich so eine de facto Ausgangssperre. Wir hatten ja da die Charlotte, die französische Journalistin hier mit einem Motoren vor ein paar Wochen. Und sinnvoll mag das vielleicht auch sein, ja, im Einzelfall, also zum Beispiel bei deutlichen Unterschieden. Wir hatten im März ja die Situation, dass im Elsass in Frankreich Ausnahmezustand war mit überlasteten Intensivstationen. In Baden, also quasi auf der anderen Seite des Rheins, war die Lage völlig entspannt, sodass auch Dutzende, vielleicht sogar Hunderte, weiß ich mehr genau, wie die Zahlen waren, von französischen Intensivpatienten über die Grenze nach Deutschland verlegt wurden, weil die da entspannt behandelt werden konnten. Also in einer solchen Situation macht das ja Sinn mit so einer Grenzsperre. Aber ich würde immer noch sehr ein Fragezeichen dahinter machen, ob so pauschal und so lange, wie wir das jetzt erlebt haben, also drei Monate lang wirklich Grenzschließungen zu rechtfertigen waren. Denn das Virus breitete sich ja längst überall in Europa aus. Also für mich sind das irgendwie so wirklich so ganz atavistische, ganz altertümliche Reflexe aus Zeiten, als wir in der Savanne lebten. So Gefahr, also mauern wir uns ein. Jens Schneider von der Süddeutschen Zeitung hat das ja auch sehr kritisch gesehen. Ja, er schrieb, als die Not immer größer wurde, fiel den EU-Staaten nichts Besseres ein, als der Verrat an den eigenen Idealen und die Preisgabe der wichtigsten Errungenschaften Europas. Ich, also meine, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, wird ja interessant, wo sich die Grenzen jetzt öffnen, wie ist eigentlich die wissenschaftliche Erkenntnis darüber? Ja, hat das jetzt was gebracht? Hat es wenig gebracht? Wir sind ja dabei jetzt zu erforschen, welche Maßnahmen genau wie viel gebracht haben. Da gibt es zwar einige Maßnahmen Erkenntnisse, für andere noch nicht. Für diese Grenzbeschränkung, glaube ich, ist das mindestens umstritten, ob die einen Effekt hatten. Ich würde das momentan, Stand heute, auch darunter verbuchen, das war ein neueres Virus. Wir kannten es nicht, wir wussten sehr wenig, wir mussten handeln und haben wahrscheinlich bei dieser Grenzschließung über die Stränge geschlagen. Das wäre auch meine Einschätzung. Also zumindest muss man das, glaube ich, jetzt, wo es Gott sei Dank dem Ende entgegen geht, sehr kritisch evaluieren, ob das nicht einfach Symbolpolitik war. Ich würde noch einmal gerne Jens Schneider zitieren, denn ich finde, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, warum man da jetzt so kritisch nachfragen muss. Auf dem Spiel stehen hier nicht leere Rituale, an die keiner glaubt. Die Freizügigkeit innerhalb Europas, das Leben auf beiden Seiten von früheren Grenzen gehören für sehr viele Menschen zu ihrem Alltag und zu ihrer Identität, nicht nur direkt in den Regionen entlang der früheren Grenzen. Sie sind zu Hause auf beiden Seiten des Rheins und das, finde ich, macht sehr schön deutlich, das ist eben auch ein Teil des gelebten Europas, dass man eben über Grenzen fahren kann. Das sollte man nicht so schnell aufgeben und man sollte da nicht den Nationalstaat mit einmal wieder beschwören. Interessanterweise duckt sich die EU-Kommission bei dem Problem bisher ja völlig weg. Ja gut, ich meine, die waren heute auch bei dieser Videoschalte dabei, die haben am Anfang da wenig koordiniert, da sahen die nicht gut aus. Und vor allem gab es nicht den Appell an die europäische Idee. Also ich meine, wer ist denn bitte Hüter in der Verträge? Das ist die Kommission, aber also wie gesagt, es gab diese Appelle schon, aber sie verhalten mehr oder weniger wirkungslos, weil die Staaten dann doch gemacht haben. Die KOM hat sich da kaum dagegen gestellt, das war also wirklich kaum hörbar. War wenig hörbar. Mir fällt nur eine Sache gerade ein, wo du Jens Schneider zitierst, auf beiden Seiten des Rheins zu Hause. Wir meine, wir machen die Lage jetzt ja auch seit über vier Jahren und ich erinnere mich noch, dass wir am Anfang auch ein bisschen immer geredet haben, so über die europäische Identität und wie kann die denn gestärkt werden und so. Und ich glaube, an solchen Fragen siehst du auch, dass sich in dieser Frage sehr langsam und schleichend, aber doch etwas fundamental verändert hat. Wenn ich so mit Leuten rede, die so 20, 30 oder sowas sind, da habe ich schon den Eindruck, dass sowas wie eine europäische Identität gewachsen ist. Also Europa ist im Gehirn der Leute präsenter. Sie sind nicht mehr nur in Deutschland, sondern sie leben in Europa. Und es ist ein eher auch ein Verständnis dafür und ein Interesse daran, was in den anderen Ländern passiert. Und sie empfinden das schon, glaube ich, auch als eine Selbstverständlichkeit, dass sie in Europa zu Hause sind und dort reisen können. Also das empfinde ich immer als großen Fortschritt. Und deswegen umso mehr eine sehr tiefgreifende, einschneidende Maßnahme, diese Grenzen so lange zu schließen. Und da würde ich auch sagen, da müssen wir unbedingt mit der Wissenschaft genau drauf gucken, um das nächstes Mal besser abschätzen zu können. Wir müssen in dieser Woche nochmal in die Vereinigten Staaten schauen. Das haben wir in den letzten Monaten weniger gemacht, als wir das sonst vielleicht in der Lage schon getan haben. Aber in dieser Woche gibt es leider sehr viele traurige Nachrichten aus den Vereinigten Staaten zugleich. Aber vielleicht, wenn man es ins Positive wenden will, auch die Hoffnung, dass die Ereignisse der vergangenen Tage den Ausgangspunkt liefern, um doch etwas zu verbessern in der amerikanischen Gesellschaft. Ausgangspunkt, Philipp, ist ein, wie gesagt, sehr trauriges Ereignis. Nämlich wieder einmal hat ein weißer Polizist einen Schwarzen getötet. Ja, das Video haben wahrscheinlich sehr viele gesehen von euch. Vier Polizisten bringen George Floyd zu Boden. Der eine Polizist drückt ihm sein Knie über acht Minuten lang an den Hals, während George Floyd wehrlos und in Handschellen auf der Straße liegt. Floyd ruft immer wieder, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und die Obduktion hat jetzt eben auch festgestellt, er ist erstickt und die Blutzufuhr zum Hirn wurde unterbrochen. Ja, die unmittelbare Konsequenz, alle vier Polizisten haben ihren Job verloren, sind natürlich entlassen worden und auch verhaftet worden. Wobei drei von ihnen inzwischen wohl wieder frei sein sollen, das konnten wir nicht ganz genau klären. Ich glaube, es soll die Option geben, dass sie rauskommen. Auf Kaution, der vierte ist weiterhin in Haft gegen diesen eigentlich Verantwortlichen, dessen Knie die acht Minuten, acht Minuten unfassbar lang auf diesen Hals drückte. Der ist jetzt angeklagt worden wegen, das gibt es in diesem Bundesstaat, Mord dritten Grades, wie das so schön. Nee, ich habe nochmal nachgelesen. Mord dritten Grades, aber oder? Bist du sicher? Also bin ich mir ziemlich sicher. Es war erst dritten Grades und dann war es zweitens. Und da haben sie es hochgestuft auf zweiten Grades. Na gut, auf jeden Fall. Im Ergebnis bedeutet das eine sogenannte Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, in deutscher Terminologie, das würde bedeuten, er wollte ihn zwar verletzen, handelte aber hinsichtlich der Todesfolge nur fahrlässig. Und da muss man schon ganz ehrlich sagen, really? Ja, wenn man jemandem acht Minuten, acht Minuten quasi den Hals zuschnürt, dann noch ernsthaft anzunehmen, dass man nicht damit gerechnet hat, dass der möglicherweise auch zu Tode kommen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sehen, hatte der Beamte wohl kein Interesse daran, den Polizisten zu töten. Ja, ist auf Second-Degree-Mörder hochgestuft worden. Second-Degree, na gut, okay. Also dann immerhin besser. Jedenfalls können wir natürlich auch hier aus der Ferne nicht wirklich in den Kopf dieses Beamten schauen. Aber das ist jedenfalls ein schauerhaftes, wie sagt man, ein furchtbares Ereignis gewesen und eine unfassbare Brutalität von Seiten dieses Beamten. Und dementsprechend hat es natürlich jetzt auch sehr deutliche Proteste gegeben. Genau, es hat erstmal, was auch relativ neu war, sehr spontane Reaktionen gegeben von auch Republikanern, Senatoren, auch Polizisten, die das sofort verdammt haben. Das ist auch nicht üblich bei solchen Fällen. Und es hat jetzt Proteste gegeben in allen 50 Bundesstaaten. Es gab Ausgangssperren in 20 Städten. Auch viele Polizisten und Polizistinnen erklärten sich solidarisch, kritisierten eben diesen Einsatz gegen Floyd, wie gesagt, eher die Ausnahme in den USA. Auch bei uns, also wenn es hier Diskussionen gibt um Polizeigewalt, dass dann VertreterInnen der Polizei sich kritisch äußern. Das ist auch bei uns die Ausnahme. Da gibt es also einen enormen Chorgeist normalerweise. Und das alleine spricht schon dafür, dass es sich hier wirklich um ein absolut außergewöhnliches Ereignis handelt. Jedenfalls, was die Brutalität angeht, die Tötung von Menschen, People of Color, wie das so schön heißt, also farbigen Menschen durch weiße Beamte. Ich glaube, sie wollen nicht farbig genannt werden, sie wollen schwarz genannt werden. Wollen schwarz genannt werden, okay. Also People of Color jedenfalls. Die Tötung von People of Color durch weiße Polizeibeamtinnen und Beamte vor allem ist ja leider Alltag in den Vereinigten Staaten. Aber dieser Fall, weil er eben so brutal war, setzt jetzt irgendwo noch einen Fanal. In ganz, ganz vielen Städten kommt es zu Demonstrationen. Aber muss man sagen, inzwischen auch zu Plünderungen und gelegentlich zu Brandstiftungen. Wobei man sagen muss, Philipp, es ist nicht so ganz klar, wer eigentlich dafür im Einzelnen verantwortlich ist. Nein, also das ist ein sehr heterogenes Bild, was sich da bietet. James Mattis, der ehemalige Verteidigungsminister, hat gesagt, We must not be distracted by a small number of lawbreakers. The protests are defined by tens of thousands of people of conscience who are insisting that we live up to our values. Ja, also mit anderen Worten, wir dürfen uns nicht ablenken lassen von einer kleinen Zahl von Gesetzesbrechern. Denn diese Proteste werden bestimmt von zehntausenden von verantwortungsbewussten Menschen, Menschen mit einem Gewissen, die darauf bestehen, dass wir hier für unsere Werte einstehen und nach unseren Werten leben. Und das glaube ich, kann man schon sagen, dass diese Proteste so weitreichend wirklich getrieben waren von Unrechtsbewusstsein und einem Ungerechtigkeitsgefühl. Es gibt hunderte von Videos, die auch extrem hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte zeigen. Also Polizeiautos fahren bewusst in die Menschenmenge, Polizisten schubsen alte Männer mit Stock zu Boden, Beamter zielt mit einer Knarre auf ein kleines Mädchen. Wobei ich nicht genau weiß, ob das wirklich erwiesen ist, dass das so war. Nö, da gibt es ja Fotos. Ja genau, aber es gab Debatten um die Echtheit dieser Fotos, da bin ich jetzt gar nicht gekommen. Gut, das kannst du natürlich nie wissen, ob das nicht irgendwie auch mal. Aber ganz ehrlich, also das muss man schon sehen, da protestieren zehntausende von Menschen dagegen, dass dieser Fall George Floyd eben kein Ausnahmefall ist, sondern dass er letztlich nur ein Symptom ist für ein gesellschaftliches Problem. Nämlich für einen systematischen bis heute fortbestehenden Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft, dass eben People of Color in den Vereinigten Staaten bis heute massiv benachteiligt werden auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Was sich dann eben auch darin zeigt, im Extremfall darin zeigt, dass offensichtlich weiße Polizeibeamte das Lebensrecht eines farbigen Menschen nicht wirklich ernst nehmen. Anders kann man dieses Video kaum interpretieren. Und wie gesagt, zehntausende von Menschen gehen auf die Straße. Und der Grundgedanke scheint mir doch zu sein, jetzt reicht es einfach mal. Und die Polizei, jedenfalls in vielen Situationen, zeigt sich überhaupt nicht gewachsen dieser Herausforderung. Und zwar selbst gegenüber absolut friedlichen Menschen. Und das finde ich extrem irritierend, denn ich meine, immerhin verstehen sich doch die Vereinigten Staaten als quasi eins der Musterländer der Demokratie. Und dieser Umgang mit den Protesten scheint mir doch überhaupt nicht geeignet zu sein, diesen Diskurs zu bestärken. Genau, auch der Umgang mit Journalisten. Also ich habe mir diverse Videos angeguckt, wo Journalisten von Polizisten offensichtlich gezielt beschossen wurden, wo ein CNN-Team, was einfach nur da stand und live übertragen hat und den Polizisten gesagt hat, sagt uns, wo wir hingehen sollen. Wenn wir im Weg stehen, dann gehen wir woanders hin. Die wurden festgenommen, einer nach dem anderen abgeführt, eine Stunde später wieder freigelassen. Journalisten wurden mit Gummischossen gezielt beschossen, die ganz eindeutig als Journalisten und Journalistin zu erkennen waren. Die eine Frau ist auf dem einen Auge erblindet. Ein australisches Team ist quasi vor laufender Kamera niedergeschlagen worden. Da haben also irgendwie Millionen von Zuschauern in Australien zugesehen, wie diese absolut friedlichen Journals, die da gar nichts falsch gemacht haben, die da einfach nur standen in einer Situation, die, soweit man das in dem Fernsehbild sehen konnte, auch überhaupt nicht kritisch war, von so einem Rudelbeamten da irgendwie niedergemacht wurden. Das ist einfach nicht nachzuvollziehen. Natürlich gab es jetzt, haben wir es gesagt, auch Brandschatzung und Plünderung. Arno Frank schreibt im Spiegel in einem Kommentar, Plünderung sei ein Zitat, der Moment, in dem der politische Protest unweigerlich kippt und seine moralische Berechtigung verliert. Das sind harte Worte. Also da muss man natürlich zum einen erstmal sich die Frage stellen, wer ist das jeweils? Sind denn die Menschen, die da jetzt für Plünderungen verantwortlich sind, wirklich dieselben Menschen, die demonstrieren? Und kann man tatsächlich die Plünderungen von Einzelnen den Zehntausenden von Menschen zurechnen? Kann man die Zehntausenden von Menschen in ihrem Protest dadurch delegitimieren, dass Einzelne über die Stränge schlagen? Also das finde ich schon mal erstmal den ersten krassen logischen Bruch. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich immer auch mal die Frage stellen, sind solche Plünderungen, sind nicht Brandschatzungen dann auch wiederum eine Provokation? Weil sie natürlich das Gewaltmonopol des Staates infrage stellen. Also eigentlich gibt es ja so etwas, was man auch so als Gesellschaftsvertrag bezeichnet. Das ist ein sehr komplexes sozialwissenschaftliches Konstrukt, aber ein Aspekt davon ist so eine Art Deal. Dass man sagt, Private, wir alle setzen normalerweise keine Gewalt ein. Ausnahme zum Beispiel unmittelbare Notwehr gegen einen Angriff. Und im Gegenzug dafür sorgt der Staat für unsere Sicherheit. Also wir haben eben nicht mehr alle wie im Wilden Westen einen Kolt am Gürtel, weil wir im Prinzip davon ausgehen, dass es die Polizei gibt, die die Gesetzesbrecher in die Schranken weist. Ja, das ist jedenfalls grundsätzlich die Idee. Aber auf der anderen Seite stößt natürlich dieses Konzept des staatlichen Gewaltmonopols an Grenzen. Ja, da gingen die Tage jetzt auf Twitter ein Bild rum und auf Instagram und in den sozialen Medien generell, wo jemand an eine Wand gesprüht hatte, who do you call when the police murders? Wen rufst du also an, wenn die Polizei mordet? Das ist ein großes Problem und da ging auch dieser Tage ein Video rum, was Trevor Noah aufgenommen hat. Also der ist Moderator der Daily Show, so einer liberalen Comedy Show, sehr bekannt und viel gesehen. Und der hat, finde ich, dazu ganz gut Stellung genommen. Also Noah selber ist Schwarzer und hat also genau dieses Bild und diese Idee eines Gesellschaftsvertrags aufgenommen und gesagt, ja, ihr könnt euch über die Plünderung aufregen, aber denkt mal genauer drüber nach. Und so to anyone who watched that video, don't ask yourself if it's right or wrong to loot. Don't ask yourself, wow, what does looting help? No, 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 ask yourself that question. Ask yourself why it got you that much more watching these people loot. Er sagt, wenn ihr dieses Video gesehen habt, fragt euch nicht, sind die Brandschatzungen und die Plünderungen okay, sondern fragt euch, warum ihr euch über diese Plünderung so sehr aufregt, vielleicht viel mehr als über diesen Mord an George Floyd. Es liegt daran, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr diese Plünderung seht, dass die, die dort plündern, eben diesen Gesellschaftsvertrag aufkündigen, von dem ihr glaubt, dass ihr diesen Vertrag mit eben diesen Leuten geschlossen habt. Und das stimmt halt einfach nicht, sagt er. Ja, und jetzt stellt euch vor, wenn jeweils die andere Seite diesen Vertrag gekündigt sehen würde durch euch, jeden Tag. Was er damit meint ist, und das führt er in diesem Video aus, was er damit meint ist, wir alle haben diesen Vertrag geschlossen und aus weißer Mehrheitsperspektive sieht das jetzt so aus, als würden da Plünderer durch die Straßen rennen und diesen Vertrag mit uns der Weißen Mehrheitsgesellschaft aufkündigen. Aus der Perspektive von Töber Noah und der schwarzen Minderheit sieht es eben so aus, dass dieser Gesellschaftsvertrag von der Weißen Mehrheit, konkret der Polizei, jeden Tag aufgekündigt wird. Oder gebrochen wird, jedenfalls. Genau, gebrochen wird, indem jeden Tag Schwarze misshandelt werden, ihnen wird Hilfe vorenthalten, sie werden ermordet von der Polizei. Das sind immer die großen Ereignisse, die dann solche Aufmerksamkeit bekommen. Aber er sagt in dem Video auch, in vielen Nachbarschaften, in vielen Communities ist es eben Alltag, ganz normaler Alltag, dass Schwarze von der Polizei misshandelt, geknechtet, unterdrückt, alleingelassen werden. Das ist jetzt zunächst mal die Situation in den Vereinigten Staaten. Natürlich betrifft es auch Deutschland, da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu. Nur wir bleiben jetzt noch, weil wir das quasi so im Gesamtbild mal darstellen wollen, noch kurz in den Vereinigten Staaten und betrachten die Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten, nämlich Donald Trump. Man muss es so deutlich sagen, Donald Trump eskaliert, er spaltet das Land weiter, er heizt die Stimmung an. Er hat zum Beispiel zunächst mal auf Twitter geschrieben, when looting starts, shooting starts. Also wenn die Plünderungen starten, beginnt auch das Schießen. Ja, das soll ein Zitat eines Rassisten aus den 60ern sein. Mit anderen Worten, also Donald Trump lässt in seiner allerersten Reaktion jedes Verständnis dafür vermissen, dass es möglicherweise auch einen berechtigten Anlass gibt für den Zorn. Und er versucht weiterhin, einfach mit harter Hand durchzuregieren. Er packt das Problem nicht an der Wurzel, er äußert sich in keiner Weise in die Richtung, dass man vielleicht mal was gegen institutionellen Rassismus tun müsste, sondern er schießt sich auf die Antifa ein. Also anscheinend, das wusste ich auch nicht, gibt es auch in den Vereinigten Staaten irgendwie lose Antifa-Gruppen und die sollen jetzt als Terrororganisation eingestuft werden. Also es geht schon damit los, dass die Antifa eben keine Organisation ist mit Mitglieder-Datenbank. Das ist halt so ein Buzzword, es gibt nicht die eine Organisation, sondern es gibt halt zahllose lokale Gruppen mit einer losen Struktur. Das FBI hat auch überhaupt keine Erkenntnisse, dass die Antifa eine nennenswerte Rolle spielt bei den Protesten oder auch nur bei denen, die ja sowieso völlig legitim sind und ganz sicher keinen Grund für eine Einstufung als Terrororganisation, aber auch nicht bei den Plünderungen. Trotzdem, Donald Trump pickt sich einfach irgendeine Gruppe raus, die ja sowieso irgendwie ablehnt und will die jetzt zur Terrororganisation einstufen. Da wird also willkürlich irgendein Gegner aufgebaut und angegriffen und er spielt auch weiterhin auf, macht er auf harte Hand, will jetzt sogar das Militär im Inneren einsetzen. Genau, das war eine Ankündigung von ihm. Die Frage ist ja immer, wie das bei der Antifa auch so ist, macht er das dann auch? Oder twittert er das dann nur, um seine Leute hinter sich zu scharen, die dann eh nicht nachfragen, ob da was kommt oder nicht, sondern er erscheint dann halt in seinen Augen als der, der da endlich mal auf den Tisch schaut. Oh, der twittert auch die ganze Zeit einfach nur Law and Order. So zieht er, Law and Order. Mehrere Tweets. Also Militär will er schicken, das ist halt ein Riesendeal in den USA. Das Militär ist auch sofort dagegen aufgestanden. Der Verteidigungsminister hat erst gesagt, ja, bin ich dafür. Dann hat er gesagt, nein, bin ich dagegen, weil das zwar schon vorgekommen ist in den USA, dass das Militär im Inneren eingesetzt wurde, aber doch wirklich, wirklich sehr, sehr selten passiert und auch unter ganz anderen Umständen, weil das Selbstverständnis des Militärs wohl auch ein ganz anderes ist. Das führt halt Kriege im Ausland für die USA, aber nicht im Land gegen die eigenen Bürger. Und das ist ja auch wie in Deutschland auch eine Ausbildungsfrage. Also einen Krieg gegen Al-Qaida in Afghanistan zu führen, erfordert andere Fähigkeiten als in einer Großstadt mit Demonstranten und deren Rechten auf Demonstrationen vernünftig umzugehen. Ich meine, das schafft ja schon die amerikanische Polizei offensichtlich nicht so richtig, deeskalierend und ansonsten auch einer demokratischen Gesellschaft würdig, mit diesen Demonstrationen umzugehen. Wie soll das dann erst das Militär schaffen, dass Philipp, du hast es gesagt, völlig anders trainiert und ausgebildet ist. Aber das Problem beginnt ganz oben, wie so häufig stinkt der Fisch eben vom Kopf her. Denn schon Donald Trump persönlich tritt ja die Demonstrationsfreiheit mit Füßen und hat sich für so einen PR-Gag da irgendwie einen ganzen Straßenzug freipogeln lassen. Also das muss man sich, die Videos müsst ihr euch wirklich angucken. Also die Situation ist die, dass Donald Trump offensichtlich im Weißen Haus sitzt und er wurde ja vom Security Service auch mal in den Bunker unter dem Weißen Haus geführt. Dann war so ein bisschen die Debatte, verzieht er sich, hat er Angst? Und Donald Trump, nein, 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 ich war schon da, aber ich wollte mir das nochmal angucken. Ach so. Ich wollte nur eine Besichtigung machen. Und er hatte halt Angst offensichtlich, sagt die New York Times, um sein Bild in der Öffentlichkeit. Also dass Proteste überall toben und er so als derjenige dasteht, der sich dann im Bunker verzieht. Und dann hat er sich mit seinen Beratern zusammengesetzt und überlegt, wie kann man das denn ändern, diesen Eindruck. Und dann war es so, dass sie wohl auf die Idee gekommen sind, er könnte rübergehen zu dieser Kirche, die nicht weit vom Weißen Haus entfernt ist. So eine kleine Kapelle, wo halt Präsidenten üblicherweise beten, wo auch eine Antrag vollzogen wird, war der am Tag der Einschwörung sozusagen des neuen Präsidenten. Also das ist eine symbolisch sehr aufgeladene Kirche. Das Problem war nur, dass auf dem Fußweg dorthin eine Demonstration stattfand, auf dem Lafayette-Platz. Friedliche Demonstranten, niemand bestreitet, dass die Friedlich, die es dort versammelt haben, nicht ein Funken von Gewalt dort war. Aber dieser Platz wurde dann geräumt mit Tränengas von Polizisten. Weil Donald da herlaufen wurde. Ja, weil Donald da rüberlaufen wollte zu Fuß und noch als er im Garten des Weißen Hauses stand und gesagt hat, er würde das Militär unter Umständen einsetzen, auch gegen den Willen der Gouverneure, um Law and Order herzustellen. Und er sei ja eigentlich auf der Seite der friedlichen Demonstranten, hat seine Polizei eben jene friedlichen Demonstranten auf dem Lafayette-Square mit Tränengas auseinandergetrieben, damit Donald dann rübergehen kann zur Kirche, um da sich hinzustellen. Und dann reicht ihm Ivanka eine Bibel und er hält die Bibel in die Kameras. Keine Rede, kein Zitat aus der Bibel. Und schon gar kein Gebet. Kein Gebet, kein Besuch der Kirche. Nur ein Fototermin. Kein Besuch der Kirche, der ist nicht reingegangen, weil der Schaden, die war beschädigt worden, hätte man sich auch mal angucken können. Der Schaden ist aber wohl nur von innen zu sehen, ist auch nicht reingegangen. Er ist einfach rübergegangen, hat sich hingestellt, die Bibel hochgehalten und ist wieder gegangen. Und dafür musste diese Demo weggeprügelt werden. Und das machst du halt, das kennst du halt nur von Autokraten und Diktatoren. Die halt eine Message senden wollen, natürlich an seine radikalen Evangelikalen, die ihn dann für sowas halten wie so ein Erlöser. Und egal, was er erzählt, ist völlig egal, aber er ist der Erlöser. Und wenn er dann da noch steht mit der Bibel, dann ist das für die ein gebackenes Brot. Und das war die Message. Das wird halt dann getwittert und retweetet und darum ging es. Dafür müssen dann die Demos eben weichen. Ja, und generell ist die Botschaft von Donald Trump eben auch ganz anders, als das, was man von amerikanischen Präsidenten eigentlich erwarten würde. Nochmal James Mattis, ehemaliger Verteidigungsminister, der allerdings, muss man auch deutlich sagen, aus Unzufriedenheit mit Donald Trump letztlich aus dem Amt geschieden ist. Donald Trump is the first president in my lifetime who does not try to unite the American people, doesn't even pretend to try. Donald Trump ist der erste Präsident in meiner Lebenszeit, sagt Mattis, der nicht einmal versucht, das amerikanische Volk zu vereinen. Er tut nicht mal so, als würde er es versuchen. Ganz im Gegenteil, er macht ganz offiziell letztlich Spaltung. Er betreibt Spaltung und das tut er ja auch schon die ganze Zeit. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, die wir letztes Mal so ein bisschen angerissen haben, die kam jetzt aber so in verschiedenen Kommentaren, sowohl in US-Zeitung, aber auch Sascha Lobo hat das im Spiegel Online auch noch mal angerissen, diese Frage. Was passiert eigentlich bei den Wahlen am 4. November? Wird der eigentlich gehen? Und man kann das, was Donald Trump macht, so lesen, als bestünde tatsächlich die Gefahr, dass er das Wahlergebnis nicht akzeptieren wird. Er untergräbt seit Jahren das Vertrauen in die Medien. Er tritt Demonstrationsrecht mit Füßen. Er will das Militär im Inneren einsetzen. Er verbreitet Verschwörungstheorien. Da kann man eine ganze Menge reinlesen. Und die Frage ist halt, man kann die Zeichen so deuten. Ich tue mich aber noch schwer damit, ihm das zu unterstellen. Die Absicht und die Idee ist sicherlich da. Ob er dann am Ende wirklich nicht weichen wird, weiß ich nicht. Ich finde, da kann man drüber nachdenken. Aber das bleibt Spekulation. Erst mal ist ja die Frage, ob er wirklich die Wahlen verlieren wird. Also sie liegt den Umfragen hinten. Aber ganz ehrlich, Hillary Clinton lag auch lange vorne. Und lag sogar noch irgendwie kurz vor der Wahl vorne. Trotzdem hat Donald zwar nicht die meisten Stimmen auf sich vereint, aber die meisten Wahlpersonen im Wahlpersonen-Gremium insofern. Das ist alles andere als klar, was im November rauskommt. Was man aber, glaube ich, schon sehen kann an seinen Reaktionen der letzten Tage, ist, dass er einigermaßen nervös wird. Er fürchtet, glaube ich, schon, dass diese Diskussionen zum Beispiel um Polizeigewalt, dass die Diskussionen um sein problematisches Handling wegen der Corona-Krise, dass das möglicherweise seine Attraktivität verletzen könnte. Aber klar, du hast es eben schon kurz angedeutet. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Donald Trump hat sich ganz gezielt auf die Presse eingeschossen. Und da haben wir noch einen ganz spannenden Punkt, oder ein ganz spannendes Zitat rausgesucht von einer CBS-Reporterin. Richtig, und zwar offenbart ihr in einem Gespräch ein persönliches Zitat, was Donald Trump ihr gesagt hat. Was für mich zum ersten Mal belegt, was wir bisher nur eigentlich vermuten und Donald Trump unterstellen können. Nämlich, Leslie Stahl von CBS sagte in diesem Gespräch nämlich Folgendes. Also sie sagt, sie hat sich mit ihm zum Interview getroffen und er sei vor der Kamera genauso wie hinter der Kamera. Also sie ist mit ihm und seinem Boss im Büro und er attackiert mal wieder die Presse ihren Boss. Und die Kamera ist aus. Und sie fragt ihn, also das war kurz nach seiner Nominierung, er war noch kein Präsident, warum attackierst du die Presse? Es wird doch irgendwie ermüdend und so weiter. Es ist immer wieder dasselbe. Er sagt, ich mach das, weil ich euch diskreditieren will, denn dann glaubt euch keiner mehr, wenn ihr negative Geschichten über mich schreibt. Und genau das ist ja auch das, was passiert. Donald Trump betreibt seit Jahren quasi die Dekonstruktion der amerikanischen Presse. Er versucht systematisch dafür zu sorgen, dass man der Presse nicht glaubt. Und das hat in einer Demokratie natürlich dramatische Auswirkungen, weil die Presse eben die Aufgabe hat, die Menschen zu informieren, sachlich zu informieren und zugleich so was wie eine sachliche Diskussion über die Angelegenheiten zu ermöglichen, die das Gemeinwesen betreffen. Und wenn natürlich jetzt von prominentester Stelle, wenn die Führungsfigur in den Vereinigten Staaten systematisch so getan wird, als könne man der Presse nicht glauben, dann leidet eine Demokratie. Dann verkommt eine Demokratie, weil dann eben dieser demokratische Diskurs nicht mehr möglich ist. Und dann natürlich spielen auch eine fatale Rolle Medienunternehmen, die die Wahrheit nicht ernst nehmen. Also ganz dramatisch natürlich auch die Rolle von Fox News, also einem systematischen Fake News Sender, der versucht, so eine erzkonservative Donald Trump Agenda zu pushen. Das ist natürlich auch ein Problem. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden, dass natürlich auch von Seiten der Medien Fehler gemacht werden. Aber im Kern ist es aus meiner Sicht ein Ausweis völlig fehlender Demokratieverständnisses, wenn ein Spitzenpolitiker systematisch versucht, Medien zu demontieren. Losgelöst von den ganzen Fehlern, die Trump macht und der Strategie der Spaltung, die er fährt. Ich denke, man muss sich, wenn man sich aber ein bisschen zurücklehnt, auch sagen, was wir da in den USA beobachten, beobachten wir auch zum Teil in Deutschland, weil wir es mit einem Problem des Rassismus zu tun haben. Jetzt wechseln wir wieder das Thema. Wir sind jetzt nicht mehr bei Donald Trump, wir sind jetzt nicht mehr bei dem Thema Pressefreiheit. Wir sind jetzt quasi wieder bei dem zugrunde liegenden Problem des systemischen Rassismus. Den haben wir in den Vereinigten Staaten schon einsortiert. Und jetzt schauen wir mal, was ist denn eigentlich die Lage in Deutschland? Genau, also das kam auch häufig in den Kommentaren und auf Twitter so nach dem Motto, denkt doch dran, dass es das nicht nur in den USA gibt, seit vielen hundert Jahren, sondern natürlich auch bei uns. Das stimmt. Ich glaube, das sieht in den USA natürlich nochmal in verschiedenen Aspekten anders aus. Vielleicht, weil da auch Waffen einfach eine ganz andere Rolle spielen und der Konflikt einfach nochmal viel, viel größer ist. Das soll aber nicht davon ablinken und den Blick dafür verstellen, dass auch wir in Deutschland und in Europa nach wie vor riesige Probleme mit strukturellem Rassismus haben. Und wir haben uns natürlich jetzt ein bisschen gefragt, wie wir das debattieren. Also nur, weil das in den USA ein bisschen krasser zu sein scheint, kann man dann nicht über Deutschland reden, relativiert man das, was in den USA passiert. Und ich glaube, man muss über beides reden. Du musst über die USA reden und die rassistischen Probleme, die sie da haben. Und du musst über die reden, die wir hier in Europa haben. Und wir haben uns natürlich gefragt, jetzt sind wir zwei weiße Männer. Wie ist denn unsere Position dazu? Wie können wir dazu Stellung beziehen? Was können wir dazu sagen? Klar, wir sind privilegiert. Wir gehören zur privilegierten weißen Mehrheit, die nie Opfer von Rassismus war. Wir hatten darunter nie zu leiden. Aber wir sind Teil des Problems und wir müssen Teil der Lösung sein. Und das heißt, es ist, glaube ich, schon sinnvoll, wenn wir darüber reden und sagen, wie unsere Perspektive ist, versuchen, auch einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das würde ich auch so sehen. Wir müssen natürlich trotzdem versuchen, die Opferperspektive zumindest zu Wort kommen zu lassen. Philipp, du hast ja auch versucht, tatsächlich People of Color zu interviewen, ihnen direkt eine Stimme zu verleihen. Das hat sich als überraschend schwierig erwiesen. Muss man jetzt sagen, also nicht für diese Ausgabe der Lage, sondern wie für verschiedene andere Formate, für mein Interview, was ich mache manchmal. Aber auch für den Deutschlandfunk? Auch für den Deutschlandfunk. Also da habe ich schon versucht, wirklich mit verschiedensten Frauen und Männern Interviews zu führen. Das war zäh. Die haben sich da nicht gemeldet oder wollten nicht und so. Und ich mag darüber nicht urteilen, weil ich, wie gesagt, in deren Haut nicht stecke und es wahrscheinlich eine völlig andere Dimension hat, wenn diese Menschen in der Öffentlichkeit Interviews geben zu diesen Themen, die sie auch persönlich betreffen, als wenn ich ein Interview gebe zu den persönlichen Themen. Ich will nur sagen, ich habe es versucht und es war nicht ganz einfach. Es hat zum Teil geklappt. Also den Hinweis müssen wir geben. Es hat eine Breitbandsendung gegeben im Deutschlandfunk Kultur, die heißt Der Reflex im Kopf, wo Ferda Attermann und Malcolm Ohanwe im Gespräch dabei waren und wir ausführlich eine Stunde lang über diese Themen gesprochen haben. Und immerhin haben wir, und da haben wir uns sehr gefreut, eine ausführliche E-Mail bekommen, nämlich eine Perspektive auf dieses Thema von unserem Hörer Johannes, der offenbar auch selber Person of Color ist und der uns Folgendes geschrieben hat. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Als Kind musste ich in der Schule mit meiner Schulklasse 10 kleine Negerlein singen. Gerechtfertigt damit, dass Neger ja kein Schimpfwort sei, sondern eben ein neutrales Wort Neger. Auch heute begegne ich noch viel Alltagsrassismus. Ich werde des Öfteren dafür gelobt, wie gut ich doch Deutsch sprechen könne, obwohl ich hier geboren bin. Es werden oftmals Witze auf Kosten meiner Hautfarbe gemacht. Man sieht dich im Dunkeln nicht, grinst doch mal. Aber auch mit Affen wird man verglichen, wenn man eine schwarze Hautfarbe hat. Ich hätte zu lange in der Sonne gelegen, deshalb wäre ich so schwarz. Als ich in Bielefeld eine Wohnung suchte, schleppte ich die Eltern meines besten Freundes mit, weil sie weiß sind und ich aufgrund meiner Hautfarbe befürchtete, keine Wohnung zu finden. Es kommt nicht selten vor, dass ich im Flughafen aus der Schlange gezogen werde, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Ab und an mal muss ich mir Sprüche anhören wie verpiss dich in dein Land, du Neger und sonstiges. Da zucke ich schon zusammen, wo ich mich frage, sollen wir, obwohl das ein Zitat ist, was er uns so geschickt hat. Sollen wir das N-Word nennen? Aber auf der anderen Seite mal ganz ehrlich, anders geht es nicht. Das geht jetzt nicht, wir können das Zitat ja, und außerdem muss es ja auch verständlich bleiben. Aber klar, ich denke, wenn man das so kontextualisiert, wenn man das so kritisiert, dann kann man es schon machen. Auch Johannes hat uns natürlich vorgeschlagen, People of Color zu interviewen. Wir haben dazu schon gesagt, Philipp hat es versucht, wenn auch in einem anderen Kontext. Aber was können wir noch tun? Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Philipp, du hast es schon gesagt, wir gehören zur privilegierten Mehrheit. Und die ganz zentrale Herausforderung, glaube ich, für uns ist jetzt nicht nur auf sozialen Medien Solidarität zu bekunden und auf das Problem hinzuweisen, sondern uns an die eigene Nase zu fassen. Denn ohne die Mehrheitsgesellschaft, die quasi Ursache des Problems ist, werden wir das Problem des Alltagsrassismus natürlich auch nie lösen können. Wir können aber einen Beitrag zur Lösung leisten. Wir können versuchen, denke ich, zu sensibilisieren. Und der erste Schritt ist, zu sensibilisieren und Verantwortung zu übernehmen für mehr Gerechtigkeit. Und da ist, Stichwort Sensibilisierung, einfach das Darüberreden, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag. Und ich glaube, jeder Einzelne kann auch versuchen, sich selber zu informieren, was denn eigentlich das Problem ist bei Rassismus. Es sind, glaube ich, zwei Sachen. Das einmal sensibilisieren mit so was wie Perspektivwechsel. Also einfach ... Johannes, eine Stimme geben. Ja, eine Stimme geben, um zu verstehen, wie der Alltag von Leuten aussieht, die Opfer von täglichem Rassismus sind. Ich rede ja jetzt gar nicht von, werden von der Polizei ermordet. Sondern eben genau von solch alltäglichem Rassismus, wie Johannes ihn hier geschildert hat. Das ist ja nur pass pro toto. Das geht ja Tausenden von Menschen in Deutschland jeden Tag so. Und das ist eine Perspektive, die man als Angehöriger der weißen Mehrheit nicht hat. Und das Erste ist, auf diese Perspektive, denke ich, hinzuweisen und ihnen einen Raum zu geben und eine Stimme zu geben. Und das Zweite ist, eben dann auch zu gucken, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, wenn das denn so ist, was kann ich denn dazu beitragen, um diese Strukturen, um die Welt ein bisschen gerechter zu machen und das Leben ein bisschen gerechter und erträglicher zu machen. Und da kann ich noch mal auf zwei Bücher hinweisen. Das eine ist Exit Racism von Tupoca Oguete. Da habe ich schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Das ist ein gut geschriebenes, leichtes, dünnes Buch. Kann sich jeder, jeder durchgucken, die sich für dieses Thema interessiert und sich fragt, okay, was sind denn so die Fettnäpfchen und die alltäglichen Rassismen, in die so ich so jeden Tag tappe, ohne bösen Willen, aber doch mit erheblichen Auswirkungen für die Betroffenen. Was kann man so machen? Und da steht eine Menge Kleinkram drin, den jeder und jede in seinem Alltag, in ihrem Alltag ändern kann, um Rassismen aus unserer Welt zumindest teilweise zu verbannen. Und das Zweite Buch ist von Alisa Haasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, er hat auch einen Podcast, Feuer und Brot. Kann man sich anhören, kann man das Buch mal lesen. Das sind, glaube ich, Sachen, die jeder und jede machen kann, um sich dieser Diskussion zu stellen, um sich der Verantwortung zu stellen. Man muss sich nicht schuldig fühlen, finde ich, aber als Angehöriger der weißen Mehrheit, aber man muss Verantwortung übernehmen. Genau, und man kann einfach an sich arbeiten. Ich glaube, das ist die ganz zentrale Botschaft des Ganzen. Wir haben das schon vor einigen Monaten mal thematisiert an diesem Beispiel dieser Situation an einem Geldautomaten in Leipzig. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an die Situation erinnern, wo Philipp, fand ich, sehr plastisch deutlich gemacht hat, wie er sich selber in so einer Situation bei so einem rassistischen Reflex ertappt hat. Und mir kam das total vertraut vor. Ich kenne das von mir selber auch aus Alltagssituationen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, an sich selber zu erkennen, ich bin kein schlechter Mensch, aber ich habe Reflexe, ich habe spontane Reaktionen, die einfach grottenfalsch sind. Und wenn man sich die bewusst macht, dann ist das der erste Schritt, um diese Reflexe zu überwinden. Weil wir in dieser Gesellschaft leben, die seit 400 Jahren rassistische Strukturen aufbaut haben. Immer schon, immer schon. Ich glaube, die Jahreszahl weiß ich nicht, aber wie dem auch sei. So viel dazu. Wir freuen uns auch hier auf eure Kommentare, insbesondere natürlich auch von Menschen, die selber unter Alltagsrassismus leiden. Freuen wir uns sehr auf eure Perspektive. Denn ich glaube, das ist uns beiden sehr wichtig, euch eine Stimme zu geben. Also wenn ihr mögt, schreibt uns gerne. Und dann versuchen wir das auch konsequent, auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter aufzugreifen. So, jetzt kommen wir zum Feedback-Blog. Die Folge der Lage der Nationen biegt quasi auf die Zielgerade ein. Stichwort Arbeitsverteilung im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts. Wir hatten in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass die Stelle des Richters des Bundesverfassungsgerichts, Johannes Masing, neu besetzt werden muss. Und die SPD da Riesenprobleme hat, sich zu einigen auf einen geeigneten Kandidaten. Eine Kandidatin ist gar nicht im Gespräch. Und wir haben auch darauf hingewiesen, dass diese Stelle von Johannes Masing im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts besonders wichtig ist, weil so viele wichtige Verfahren auf seinem Tisch landen. Und wir hatten auch berichtet, dass es deswegen Diskussionen gab, die Arbeit etwas anders zu verteilen. Einfach, weil sich sehr viel stapelt in diesem Dezernat von Herrn Masing. Und da müssen wir ergänzen, dass das inzwischen auch passiert ist. Und zwar sogar schon vor der letzten Folge. Diese Diskussion hat also schon konkrete Früchte getragen. Das Thema Versammlungsfreiheit, Artikel 8 des Grundgesetzes, ist umverteilt worden, liegt nun bei Herrn Herbert, dem baldigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Oder ist er jetzt inzwischen ernannt? Philipp, hast du es mitgeregt? Da gab es lange Trubel, weil sich irgendwie keinen Termin fand beim Bundespräsidenten, um ihm seine Nennungsurkunde als Präsident des Bundesverfassungsgerichts auszuhändigen. Habe ich jetzt nicht noch mal gecheckt, ob es inzwischen endlich passiert ist. Also wie gesagt, Versammlungsfreiheit ist jetzt bei Herrn Herbert. Dann liegt der öffentliche Datenschutz, wenn es vor allem um Landesrecht geht, bei Bundesverfassungsrichterin Britz. Und Datenschutz im Arbeitsrecht bei Susanne Bär, Bundesverfassungsrichterin. Also in anderen Worten, ein bisschen umverteilt worden ist schon. Aber nach wie vor ist das Dezernat Masing eines der ganz zentralen Dezernate im Bundesverfassungsgericht. Und dementsprechend wichtig ist diese Stelle. Dann gab es Feedback noch mal zu den E-Autos, zum Thema E-Autos und Langstrecken. Ja, da hatte Philipp ja so einen kleinen Selbstversuch gestartet. Genau, und da schreibt Lukas uns, es gibt aktuell einige Modelle auf dem Markt, welche für die richtige Langstrecke, wie er schreibt, in Anführungszeichen quer durch Deutschland, noch nicht optimal sind. Dazu zählt, sagt er, unter anderem auch ein VWE-Golf, VWE-Up oder E-Up, Renault Zoe, Smart Electric und so weiter. Das sind allerdings kaum aufgrund der Reichweite, diese sind, sagt er, allerdings kaum aufgrund der Reichweite schlecht geeignet, sondern eher wegen der geringen Ladegeschwindigkeit von maximal 50 Kilowatt. Also je mehr Watt du da reinsteckst, desto schneller lädt er. Da gibt es halt auch Ladesäulen, die können mehr, aber diese Autos können dann halt nicht mehr. Die nehmen den Strom nicht so schnell an, kann man sagen. Genau. Schaut man mal ein Segment weiter oben, stellt man fest, dass neben größeren Akkus auch deutlich größere Ladeleistungen möglich sind. Meist sind es da so 100 Kilowatt wie beim Tesla, sogar 250 Kilowatt, sagt er. Also es gibt, wie gesagt, hängt halt auch vom Auto ab, wie schnell die Dinger geladen werden können. Und dann muss man halt nicht eine Stunde wie ich da rumstehen und warten, dass das Ding wieder voll wird. Sondern es geht dann vielleicht in 20 Minuten oder einer halben Stunde. Oder 15 Minuten sogar. Genau. Und bei der Gelegenheit ist uns noch ein Routenplaner ans Herz gelegt worden, der E-Tankstellen enthält. Wir konnten den nicht so richtig testen, weil wir ja selber eben nicht so Langstrecke E-Auto fahren. Der sah aber bei einem quasi Trockentest sehr gut aus. Das haben wir verlinkt, A Better Route Planner heißt. Also alles in einem Wort, betterrouteplanner.com. Sah aus meiner Sicht sehr gut aus, hat sinnvolle Ergebnisse geliefert, soweit ich das sehen konnte, ohne die Strecke abzufahren. Insofern schaut euch das doch mal an. Auch da sind wir auf euer Feedback gespannt. Und der letzte Feedback-Blog betrifft das Stichwort Verlustrückträge. Da hatten wir immer darauf hingewiesen, dass durch bestimmte Änderungen im Steuerrecht Unternehmen jetzt Verluste im Jahr 2020 mit Gewinnen aus vergangenen Jahren verrechnen können. Und da hat uns ein Hörer darauf hingewiesen, dass das ökonomisch besonders sinnvoll ist. Weil auf diese Art und Weise eben nur Unternehmen subventioniert werden, die in der Vergangenheit überhaupt Gewinne gemacht haben. Klar, wenn du 2018 und 2019 auch keine Gewinne gemacht hast, dann kannst du auch keine Verluste aus 20 rücktragen. Das heißt also, so schreibt er, da werden keine Zombie-Unternehmen subventioniert, sondern nur Unternehmen, die im Prinzip tatsächlich überleben können. Und deswegen haben Verlustrückträge, steuerliche Verlustrückträge durchaus Vorteile gegenüber direkten Subventionen, weil sie eben spezifisch Unternehmen unterstützen, die im Grundsatz fit sind und jetzt nur eben Corona-bedenkt Probleme haben. Ist ja jetzt auch Teil des Konjunkturpakets solche Maßnahmen. Finde ich einen total sinnvollen Hinweis. Vielen Dank für diese E-Mail oder für diesen Kommentar. In diesem Sinne würde ich sagen, ist die Lage abschließend und ausführlich beurteilt. Wir danken euch für euer Interesse und dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir danken euch auch für die Abos, die euch klickt. Das ist für uns, wie gesagt, gerade so wirklich der, wie sagt man so, der Rettungsfallschirm gerade. Ja, genau, das ist der Fallschirm für die Lage. Weil wir brauchen ganz wenig Werbung. Ohne euch wäre die Lage definitiv eine andere. So viel kann ich sagen. Unter lagedernation.org-plus gibt es, wie gesagt, für fünf Euro. Kann man auch monatlich kündigen. Ein Abo kriegt dann die Lage werbefrei. Unterstützt uns aber vor allen Dingen natürlich in diesen schwierigen Zeiten. Dafür tausend, tausend, tausend Dank. Genau, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr uns einen netten Kommentar bei iTunes schreibt oder ein paar Sternchen hinterlasst. Denn das hilft uns dabei, im iTunes-Podcast-Angebot gefunden zu werden. Und das setzen ja auch ganz viele andere Apps ein. In diesem Sinne, macht es gut, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche und bis bald. Tschüss. Tschüss.